Einen wunderschönen guten Abend, die Damen, die Herren, jetzt willkommen zu meinem Zimmer am heutigen Tag. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Gerade noch gegessen, ich bin geplaut. Ich muss euch sagen, ich habe ein bisschen Verspätung, es tut mir leid, ich hatte 18.30 angekündigt. Und dann habe ich mich ein bisschen verspätet, habe gerade mir noch richtig so ein Kilo Nudeln reingerieben. Und bin jetzt sehr geplaut. Ich freue mich aber trotzdem, meine Plautze und ich, wir freuen uns trotzdem sehr, dass ihr da seid. Natürlich geht es heute auch wieder ein bisschen Elden Ring. Ich freue mich schon darauf, weiter zu zocken. Und war ein bisschen verwundert, weil ich hatte gestern eigentlich noch in den Plan geguckt. 18.30 stand dran. Jetzt habe ich gerade noch mal in den Plan geguckt. Ist irgendwie raus. Falls jetzt irgendwer das nicht mitbekommen haben sollte und das jetzt hier als Video die nachschaut und sich ärgert. Mensch, wieso konnte ich den Elden King nicht dabei zusehen, wie er sein Reich aufräumt. Da stand doch gar nicht im Plan. Keine Ahnung, ist irgendwie gelöscht. Aber das ist nicht so schlimm. Wir machen trotzdem heute weiter. Und ich freue mich. Wir waren zuletzt in irgendeiner Burg. Die haben wir entdeckt. Und da war so ein Typ, der meinte, geh mal hier außen rum. Und das haben wir gemacht und stellt sich raus, sind überall Feinde. Aber ist mir egal. Wir müssen hier alle plattnämmen. Was geht bei euch? Was geht bei euch? Was habt ihr heute gemacht? Wie war euer Tag? Gerade Horizon-Werbung gesehen, sagt man, spricht Lara Aloy. Ehrlich gesagt, ich glaube ja. Ich glaube ja. Ich spiele ja das immer auf Englisch. Aber ich glaube ja. Hallo, William. Oh, bei mir ist heute ein Dalmatiner Labrador oder Labor. Meinst du Dalmatiner Labormix oder Dalmatiner Labrador Mix? Weil Dalmatiner Labormix würde mich ein bisschen... Du schreibst Labor, aber das würde mich wirklich ein bisschen irritieren. Was ist denn ein Dalmatiner Labormix? Ist das ein... Ist das im Labor gezüchtet worden? Ist das eine Mischung aus verschiedenen Hunderassen, die im Labor hergestellt worden sind? Und dann zusätzlich noch oben Dalmatiner obendrauf, oder wie? Oder meinst du Labrador? Das wäre natürlich ein bisschen leichter zu erklären, ein Labrador-Dalmatiner Mix. Motherwoodstock, meinst du, dann bin ich hier richtig beim besten Elvenring-Spieler der Welt. Absolut richtig. Herzlich willkommen. Hat sich mittlerweile auch international herumgesprochen. Wir haben auch jetzt viele ZuschauerInnen aus anderen Ländern, die gesehen haben, wie sehr gut ich bin. Und ja, denen ist die Sprachbarriere egal. Die gucken so, teilweise mit Simultanübersetzung. Ich komme gerade von der Demo in Düsseldorf, sagt Nitrovis Haus. Was war das denn für eine Demo im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine? Oder worum ging's? Den ersten Frühlingstag genossen und lange mit den Hunden im Wald, sagt Terry Tobi. Ja, heute war ein erstaunlich schöner Tag, muss ich auch sagen. Die Sonne ist zum ersten Mal rausgekommen. Man hat regelrecht Wärme gespürt am Körper. Das ist neu. Hab heute Dark Souls 2 gespielt. Ich weiß, ist alt, aber immer noch gut. So wie ich. Dr. T aus L. Ja. Siehst du überhaupt was ohne Brille? Sieht so ungewohnt aus. Ne. Sehe ich ehrlich gesagt überhaupt nichts. Nein, natürlich sehe ich. Ich lasse die manchmal weg, weil meine Brille ist mittlerweile doch ein paar Jährchen schon wieder älter. Und die hat dann immer so Schlieren und Sachen, die ich nicht wegkriege, sodass es so wie so ein leichter Drecksfilm immer über den Augen ist. Und es nervt. Ich brauche, also wenn ich längere Zeit hier sitze, ist das schon angenehmer für mich. Mit Brille, glaube ich. Aber ich sehe tatsächlich ohne Brille besser, weil halt dieser Schmutzfilm da nicht so vor den Augen ist. Ich kriege die gar nicht mehr so richtig sauber. Die ist halt schon ein bisschen älter. So ist das halt. Ältere Sachen manchmal, die kriegt man einfach immer noch drauf. Ja, Ukraine, sagt er. Leider nur knapp 4000 Teilnehmer, sagt Nitrovis Haus. Ja, ich kenne das. Sollen wir noch mal ganz kurz, bevor wir, können wir noch mal ganz kurz, bevor wir gleich natürlich anfangen. Wir fangen natürlich gleich an, ist ja klar. Aber wir können ja vorher noch ein bisschen quatschen. Machen wir eben kurz Just Chat hin. Weil wir noch ein bisschen quatschen können. Wo warst du stehen? Aber 4000 Leute, aber immerhin. Also. Klar. Ich weiß ja nicht, wo und welcher Stadt hast du das geschrieben? Ich glaube nicht. Aber ich finde 4000 ist doch jetzt erstmal eine ganz gute Zahl. Ich muss für meinen Teil sagen, jetzt wenn ich hier bin, so mit euch, gelingt mir das ganz gut, mich hier zu bewegen gedanklich. Aber also wenn ich jetzt nicht gerade streame oder anderweitig geistig eingebunden bin, dann beschäftige ich mich schon ziemlich viel mit diesem Konflikt in der Ukraine, mit dem Angriffskrieg. Aber das ist schon krass, muss ich sagen. Also. Das hält einen ganz schön in Atem, oder? Ich finde es immer noch sehr. Ja, völliger Wahnsinn. Ich bin da immer noch sehr, sehr. Konsterniert und sehr. Also ich lese total viel, ich gucke mir Sachen an irgendwie, keine Ahnung, Reddit und whatever. Aber man muss natürlich aufpassen, dass man sich da keinen Quatsch andrehen lässt. Natürlich auch viele Fake News und Dinge, die einfach nicht stimmen. Muss man natürlich ein bisschen filtern, aber alles in allem kriegt man einen ganz guten Eindruck. Und das ist schon völliger Wahnsinn. Aber heute hier wollen wir uns ja mal ein bisschen ablenken, oder? Wollen wir uns ein bisschen ablenken? Und vielleicht schaffen wir ein paar Stunden, da nicht dran zu denken. Machen wir, oder? Gaius schaut sich da auch sehr viel an, ja. Ich glaube, viele von euch wahrscheinlich. Meine Oma wohnt in Belarus, sagt. Ähm, Infinitec. Ja, Belarus ist natürlich, ähm, 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 da wird ja selbst nicht gekämpft, ne? Aber die russischen Truppen sind ja über Weißrussland auch mit in die Ukraine einmarschiert. Aber wahrscheinlich ist deine Oma nicht unmittelbar bedroht durch Kampfhandlungen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass dich das mit Sorge erfüllt. Ich kann das halt auch nicht ignorieren und finde es für mich auch wichtig, sagt Gaius, Julius Cesar, ja. Jeder, wie er merkt. Ich muss für mich selber, ehrlich gesagt, aufpassen. Ich muss für mich selber aufpassen, dass ich nicht zu sehr daran abtauche auch und irgendwie gedanklich mich irgendwie. Deswegen sind diese Streams auch irgendwie für mich ganz gut. Weil ich in der Zeit wirklich, ähm, es schaffen kann, das auszubenden. Weil ich muss gestern zum Beispiel nach dem Stream, äh, hab ich mich dann hier hingesetzt, ähm, und irgendwie Nachrichten irgendwie geguckt, was es noch so gibt nachts. Und hing dann so bis nachts um vier und hab einfach alles aufgesaugt, was da kam. Gibt ja diverse, ähm, Subreddits und so weiter. Aber wie gesagt, Disclaimer, natürlich muss man da aufpassen, was einem dort an Informationen dargereicht wird. Nicht alles stimmt sicherlich und trotzdem ist das unglaublich interessant. Und, ähm, ich muss natürlich auch für mich ein bisschen aufpassen, dass von meinem Kopf her, dass ich da nicht irgendwie mich zu sehr drin versenke in dieser Situation. Genau. Aber ich find's halt auch total interessant, irgendwie so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie die Weltgemeinschaft so darauf reagiert. Wie so, wie, wie, ja, Menschen aus allen möglichen Ländern darauf reagieren. Und ich hab schon das Gefühl, dass, ähm, da eine ziemliche Einigkeit und, ähm, in den allermeisten Regionen der Welt herrscht, das Ganze aufs Schärfste zu verurteilen. Und auch eine sehr, sehr große Hilfsbereitschaft, ähm, Solidarität. Und etwas, was, ich mein jetzt nicht dieses Anstrahlen von Gebäuden in den Farben, oder so, der Ukraine, sondern ich mein, dass man, wenn man so im Internet ist, und kann natürlich sein, dass es an den Orten liegt, in denen ich mich da bewege, aber man hat trotzdem irgendwie so ein Zusammengehörigkeitsgefühl, was global ist. Leute wirklich aus allen Ländern irgendwie, äh, schreiben und, äh, Dinge anbieten und, äh, zusammenhalten und, äh, dann kommt irgendwie Anonymous und legt irgendwelche Websites da und so. Und man hat schon irgendwie das Gefühl, es gibt eine globale Bewegung, die sich dagegen stemmt. Und, ja. Und ich muss auch sagen, der ukrainische Präsident, der ist ja einfach mal, ich mein, er war, seinem früheren Leben Comedian. Und der Typ ist für mich einfach jetzt schon der Mann des Jahres, wie der ukrainische Präsident das handhabt. Also, Hut ab, einfach nur. Ein, äh, ja, ein, ein absoluter Anführer, der Typ, auf jeden Fall. Sehr bewundernswert. So. Aber, ey, ganz ehrlich, ich, ihr seht, ich, ich schwitze auch schon wieder ein bisschen aus, was einfach daran liegt, dass ich, wie gesagt, da einfach viel, viel, viel gedankliche Zeit, ähm, in diese, dort verbringe. Äh, äh, und ich wollte ja aber euch eigentlich, ähm, davon losbringen. Aber vielleicht so zum Beginn ein, zwei Sätze dazu. Das können wir gerade noch, ähm, vertragen. Und jetzt, komm, Leute, wir, ich, ich, ich bin dafür da, heute euch abzulenken. Ich bin heute dafür da, euch abzulenken. Und mich abzulenken. Hm. Und das machen wir jetzt. Ablenkung aktiviert. Elden Ring. Elden Ring. Elden Ring ist unser Thema. Ich ändere Just Chatting. Ich ändere Just Chatting wieder. In, ähm, Elden Ring. Genug gequatscht. Wir wollen anfangen. Ich bin heiß. Ich hab nämlich Bock. Ich hab Lust. Das hat mir gestern echt Spaß gemacht. Vorgestern Spaß gemacht. Und ich hab Lust, ein bisschen wieder zurückzukehren in diese Welt. Continue. Vielen Dank übrigens an, äh, Texas Gerste. Und an Jahar 83 für eure Abos. So lobe ich mir das. So, hier waren wir. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Wir sind gestern Abend. Ah, ein bisschen soundy. Nicht sound. Was ist das hier eigentlich noch? Das sollte aus. So. Ist Elden Ring schwer? Fragt Oddboy85. Naja. Kommt drauf an, wer spielt. Ich find's sehr, sehr leicht. Aber andere Leute würden vielleicht sagen, es ist recht schwierig. Du spielst so viel Elden Ring. Wie soll man das alles zeitnah schauen? Stress dich nicht. Guck einfach zu. Häng einfach mit uns rum. Das Gute, kann man den Screen etwas größer machen? Nein, ist unmöglich. Mir geht's hauptsächlich um mich, wenn ich streame. Machen wir natürlich gleich. Ähm, was wollte ich sagen? Schau einfach zu. Das Gute an Elden Ring ist ja, dass es nicht diese lineare Story gibt. Es ist ja kein Film, wo du sagst, okay, ich schalte jetzt mal ab Minute 27 ein und dann höre ich auf ab Minute 53 und schalte bei Minute 87 wieder ein. Nein, so ist es nicht, weil es eine offene Welt ist und ich glaube, dass man da auch für einzelne Episoden einschalten kann, für einzelne Abenteuer. So wie zum Beispiel die Entdeckung dieser Burg. Das ist unsere heutige Quest. Wir schauen uns diese Burg an. Und dann machen wir das. Ja, und natürlich geht's hier in diesem Stream hauptsächlich um mich. Deswegen spielen wir so. Okay. Scherz. Scherz von mir. Aber wir können auch einfach so machen. Ich spiele rum. Ich bin albern. So, komm, wir machen es jetzt. Wir spielen jetzt weiter. Wo schiebe ich mich denn mal hin? So. Ich glaube, so ist okay. Okay, also ich bin beim ersten Lauf, diesen Gang hinauf, tief in die Burg eingedrungen und bin dann irgendwann völlig unnötigerweise, wie so oft, gestorben. Dann wollte ich meine Seelen zurückholen und dann bin ich noch genauso unnötigerweise hier irgendwie runtergefallen. Deswegen sind die Seelen jetzt weg, was schade ist. Ich überlege gerade, habe ich eigentlich Pfeile? Ich habe nicht mal meinen Bogen ausgerüstet. Habe ich eigentlich Pfeile dabei? Ne. Ah, okay. Das ist natürlich dann total doof. Die Fackel brauche ich glaube ich gleich noch, deswegen lasse ich die. Ah, was ist denn hier los? Mal gucken, ob ich jetzt irgendwie. Der hat nämlich so ein Horn dabei. Und ich will nicht, dass der das Horn. Starke Leistung von mir. Au. Au. Oh. Au. 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 Unangenehm. Watt. Okay, ich habe nämlich meine Steuerung umgestellt, weil ich immer wieder mit dem Daumen zu doll auf den Analogstick drücke und dadurch stellt sich das immer automatisch um. Ich hatte jetzt die Steuerung umgestellt, dass ich mit der linken Analog-Taste die Flasks unten durchschalte und stattdessen mit dem Digi-Pad nach unten ducken und Pferd wechseln und so einen Shit mach. Au. Das führt dazu, das führt dazu, das führt dazu, dass ich jetzt natürlich trotzdem ab und zu dagegen komme und dann meine Flask umstelle, aber das kann ich glaube ich leichter vertragen als die Alternative. Mushrooms. Kannst du Pfeile craften? Ja, ich kann Pfeile craften, aber nicht die richtigen. Ich muss mal das richtige Rezept noch irgendwie finden. Ey, Nils. Bock auf morgen Mittag? Bei einem Sieg sind wir klar auf Platz 1, sagt Ansuil. Ja, erstmal gewinnen. Das wird ein schwieriges Spiel. Ich habe Bock, ich bin aber auch angespannt. Ich glaube, das wird schwierig. Bremen ist auch gut drauf, aber ich glaube an unsere Jungs. Ich habe ein gutes Gefühl. Nein, ich bin angespannt. Aber ich freue mich auf das Spiel. Aber ich bin auch angespannt. So, den haben wir das letzte Mal schon einmal gemacht. Das hat hier ganz gut funktioniert, hier so ein bisschen rumzuschleichen. Ich glaube nämlich, der kann was. Der sieht recht stark aus mit seiner Mörderaxt. Ist mir das doch deutlich lieber, den auf die Art und Weise Platz zu machen. Und dann die Leiter hoch hier. Oh ja, genau. Jetzt wird hier wieder scharf geworfen mit irgendwelchen Feuerbällen. Ich erinnere mich. Ich habe leider keine Pfeile. Das ist natürlich mega dumm. Okay, einmal noch. Ei. Okay, explodieren die nicht, die Dinger? Was ist denn mit denen? Komm, explodier die mal. Okay. Jetzt haben wir die freie Bahn. Ja, da müssen wir natürlich noch ein bisschen aufpassen. So. Easy. So, und jetzt gab es hier verschiedene Wege, ne? Also genau hier kommt man runter. Dann konnte man hier durch eine Tür. Ach, genau. Das war die Tür. Da bin ich reingegangen. Und das ist so eine Art Falle. Da bin ich das letzte Mal dann gestorben. Deswegen gehe ich da jetzt nicht nochmal rein. Aber das interessiert mich natürlich noch, weil das ist ein Gegner von einigem Format. Den würde ich natürlich gerne nochmal in Angriff nehmen, den Typ. Stattdessen gehen wir jetzt mal diesen Weg hier. Okay. Und da ist ja drüben noch ein Item. Wie komme ich denn? Ach so, da kann ich mich wahrscheinlich dann gleich fallen lassen. Da sitzt schon wieder einer. Und ist irgendwie frustriert. Kein Bock auf seinen Job. Einfach überhaupt kein Bock auf seinen Job. Ist das eigentlich soundtechnisch okay? Oder wollt ihr ein bisschen lauter oder leiser? Nils, als kleiner Tipp, legt ihr die Ruf-Symbole in ein anderes Menü. Dann kann man dann mit Dreieck gedrückt halten und Digi-Pad direkt darauf zurückgreifen. Was? Sound ist gut. Sehr schön. Ich habe nicht hundertprozentig verstanden, was du meinst. Ihr wollt vielleicht meinen Charakter immer sehen. Da war ich noch nie drin in diesem Modus. Also wir sind Level 25. Haben 918 Runes. Vega 18. Das ist Leben. Endurance, Strength, Dexterity sind so die Hauptattribute, die wir leveln. So sieht das bei uns hier aus. Und wir sehen natürlich aus, wie wir immer aussehen. Das können wir nochmal eben kurz... So, das sind wir. Bilbald. Sieht ein bisschen aus wie Owen Wilson auch, fällt mir gerade ein. Das sind wir. Samurai-Klasse. Guck mal hier, boah, da ist ein Kanonenkugel durchgeflogen. Auf jeden Fall. Da oben ist ein lila Item. Hier geht es überall weiter. Hier ist eine Tür. Oh, ist das wieder so eine Falle? Nein, da komme ich nicht mal rein. Aber ich hatte ja gesehen, es gibt hier noch ein... Oh, da unten ist... Hier gab es noch ein Item, genau. Und das holen wir uns natürlich eine goldene Rune. Sehr schön. Aber warte mal, es gibt ja hier nicht so Falling Damage, ne? Da kann ich ja ruhig mal ein bisschen weiter wieder runterfallen. So, das haben wir wegen des Items gemacht. Da war, wie gesagt, dieser andere Typ. Da gehen wir später hin. Jetzt gehen wir erstmal nach... ...oben. Das müssen wir uns alles merken. Weil da durchs Loch kann man auch runterspringen. Da ist auch noch ein alternativer Weg. Keine Ahnung, wo der hinführen mag. Aber wir werden erstmal die Burg weiter nach oben marschieren. Beziehungsweise hier lang. Oh, warte. Da geht es ja gar nicht weiter. Okay, da geht es gar nicht weiter. Da muss ich wahrscheinlich dann doch das Loch nehmen. Hier darf ich ja nicht. Oh, warte, warte, jetzt auf einmal geht es doch. Ist das schon wieder so ein... Vielleicht ist das schon wieder ein Hinterhalt. Würde ich nicht ausschließen, dass das jetzt hier wieder ich... ...ein Hinterhalt gelockt. Da seht ihr ihn? Da ist er. Da steht er. Der Rittersmann. Möglicherweise sterbe ich jetzt. Ich würde es nicht ausschließen wollen. Oh, okay. Ei. Au, 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 au. Ey, das wollte ich gar nicht. Okay, scheiße. Ich wollte ihm schön einflammen. Ah, der ist stark. Aber das hat von vornherein nicht funktioniert. Aber den holen wir uns jetzt nochmal. Vielleicht rushe ich da auch einfach durch jetzt. Ihr seht, na, das ist ganz schön anspruchsvoll. Der holt schon wieder seine Tröte rausholen. Nein, ich habe die Fackel. Ich habe die Fackel, ich trottel. Ah, das war so dumm. Und die hat die Fackel doch ausgerüstet. Ach. Nils. So, was? Ultimate Fistlord. Pouch rechts oben. Da ist eine schnelle Auswahl mit Dreieck plus Digi. Dann musst du nicht immer mit Digi runter alles durchschalten. Ach was. Echt? Warte, wo weinst du das? Pouch rechts oben. Inventory? Ist das meine Pouch? Meinst du das? Warte mal. Crafting Equipment. Pouch, da jetzt nicht, ganz rechts. Ah, das ist ja ganz fantastisch. Und das kann ich jetzt belegen, oder was? Oh, das ist ja der absolute Oberknüller. Okay, das ist klasse. Das ist richtig gut. Das ist ja richtig gut. Dann werde ich mein Pferdchen mal nach rechts machen. Ich bin begeistert. Vielen Dank. Das habe ich gar nicht gewusst. Das ist ja richtig gut. Und meine Wölfe. Kommen wir in die Pouch. Und das funktioniert dann über Dreieck und nach unten. Ja, das ist ja super fantastisch. Das ist super. Das ist super. Ah, das ist ja großartig. Das ist ja großartig. Ich bin begeistert. Gute, 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 gute Informationen. Ja, aber für den Moment bräuchte ich noch gar nicht wirklich irgendwas. Dann lassen wir das mal eben. Aber das ist ja echt toll. Dann habe ich die beiden da. Und dann kann ich diesen Knopf hier sehr... Ah, das ist ja perfekt. Dann ist es völlig egal, wie oft ich diesen Knopf drücke. Ja, klasse. Dankeschön. Das ist richtig schön. Black Obami und Sominum. Außerdem Texas Gerste. Ach nee, den hatten wir vorhin schon, ne? Vielen Dank. Für eure Abos. Primes. Was da so geht. So, jetzt machen wir das mal richtig hier. Das war jetzt natürlich nur, um euch zu zeigen, dass man auch failen kann. Jetzt machen wir es einmal richtig. Sieht ihr mich hier? Nein, er sieht mich. Mega Dome. Okay. Okay. Bisschen unnötig schon, ja? Muss ich zugeben. Na. Ey, 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 fall ab! Das gibt es doch nicht. Jetzt tritt er den mit den Füßen da runter. Und da fliegt das Item runter fast. Okay. Hier sind meine Seelen. Da war ja nicht viel drin. Leider. Jetzt gehen wir mal diese Typen da. Diese Rittersleute. Mal ernsthaft an. Den lasse ich mal in Ruhe. Den brauche ich jetzt nicht. Okay. Der hat sich gar nicht mehr gewehrt. Jetzt probiere ich mal direkt. Kommt hier noch einer, ey. Hier war nämlich der eine Ritter auch drin. Was? Warte mal. Das ist lockt, aber dann geht die andere Tür da oben, oder was? Okay, pass auf. Bevor wir das tun, können wir auch erst mal hier jetzt gucken. Alright. Okay. Da verlieren wir natürlich jetzt kein Wort drüber. Ist klar. Da reden wir nicht drüber, ne? Wisst ihr Bescheid. Ist nie passiert. Wieso kann das passieren? Okay. Unnötig. Naja. Ich sollte jetzt nicht arrogant werden, sondern weiter so spielen, als wenn es das erste Mal wäre, dass ich hier bin. Ich neige dazu, wenn ich irgendwo dann zum dritten Mal bin, dass ich dann so ein bisschen leichtfertig spiele. Wenn ich es nicht mehr ernst nehme. Und dann sterbe ich. In aller Regel auch manchmal. Dennoch will ich natürlich jetzt wissen, was hier unten ist. Ah. Ah. Ah, 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 ah. Mein Lieber. Ah, warte. Da unten bin ich reingekommen. Okay. Ai, 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 hi. Hi. Okay. Naja. Geht ganz schön tief runter, ne? Also zum Glück gibt es da ein paar Wolken. Was übrigens zeigt, dass wir sehr, sehr hoch sind. Oh. Aha. Jetzt sind wir einfach hier. Hier waren wir ja schon. Gibt es da keinen anderen Weg? Das ist ja ein bisschen seltsam. Dann muss ich ja... Oh, jetzt ist ja die Tür offen. Ah, hi. Wo kamst du denn her? Also vielleicht ist es uns jetzt erlaubt, uns an diesem Typ vorbeizuschleichen. Da kommen wir natürlich nicht rein. Weil hier ging es ja nicht weiter. Das heißt, wir müssen hier rein. Mal gucken. Da hinten ist er. Also eigentlich sieht er uns ja nicht, ne? Okay. Alright. Nein, 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 das ist unangenehm. Was ist das für eine Attacke? Was ist das für eine Attacke? Oh. Der gibt nur 300, aber der ist ganz schön mächtig. Ich hoffe mal, dass der jetzt für alle Zeit weg bleibt, dass der nicht wiederkommt. Der ist schon ein ganz schön großer Typ. Rusty Key, vielleicht kommen wir jetzt durch diese andere Tür. Ganz schön großer Typ, oder? Also der macht gut Schaden. Mal gucken, was jetzt hier drin ist. Ich hoffe doch keine feindliche Kiste. Curved Sword Talisman. Es gibt hier so Talismaner. Darf ich davon zwei ausrüsten? Oh ja. Enhanced Guard Counters. Jetzt haben wir zwei Talismaner. Aber ich habe keine Flasks mehr, sodass ich jetzt natürlich so ein bisschen ins Risiko gehe bei allem, was ich mache. Aber diesen Schlüssel, den wird mir ja niemand mehr nehmen können. Das ist gut. Den brauchen wir vermutlich, um hier weiter zu kommen. Ich denke bei der anderen Tür. Ich hoffe, dass da jetzt... Da ist die andere Tür. Ich hoffe, dass da jetzt nicht noch so einer drin ist. Weil dann... Woher kommen diese Schritte eigentlich? Ach, das ist der Typ unter mir. Den ich nicht gemacht habe. Ja, ich gucke jetzt einfach mal hier rein. Ja, es ist tatsächlich diese Tür. Ich hoffe mal, ich kriege hier demnächst mal ein Bonfire. Weil der Weg ist jetzt doch schon recht weit. Im Vergleich zum Rest der Welt, wo man wirklich alle zwei Meter gefühlt so ein Bonfire bekommt, ist das jetzt hier schon ganz schön lang. Oh. Was ist das, was ich da will? Okay. Oh, ein Fire Grease. Nehme ich. Ich glaube, damit kann ich mein Schwert kurzzeitig entzünden. Oh, da oben ist noch ein Item. Guck mal. Ah, da komme ich von der anderen Seite hin. Und... Da ist auch noch ein Item. Ein Loch. Im Dach. So, da geht es noch weiter nach oben. Ah, ich habe keine Zeit für sowas. Keine Zeit und auch keine Flasks übrig für so einen Quatsch. Ich brauche ein Bonfire. Aber wenn da jetzt einer sitzt, lass mich raten, da links ist jetzt noch eine Falle und da kommt auch noch einer. Ne, doch nicht. Silver Pickled Foul Food. Das müssen wir gleich mal alles lesen, was das ist. Oder komm, jetzt, hier gibt es doch ein Bonfire jetzt. Jetzt sehen wir noch nichts. Das gibt es doch gar nicht. Da ist das Loch. Kanonenbeschuss vermutlich von irgendwo da hinten. Also... Oder es kann eine Explosion gewesen sein, aber das sieht natürlich aus wie ein riesiger Kanonenbeschuss. Aber von wo wurde das beschossen? Von da hinten? Oder von einem Schiff? Hm. Ja, das müsste aber ein riesiges Schiff sein, was solche Kaliber abfeuern kann. Oder halt eine Explosion durch diese Fässer zum Beispiel, die da überall rumstehen. Vielleicht war es auch eine Explosion im Inneren der Burg. Da bräuchte es natürlich jetzt so einen Pyromantie-Experten. Ne, noch so ein riesiges... Ich brauche jetzt so ein Bonfire. Hör mal auf. Ist das hier so ein... Nein. Ja. Das ist natürlich... Was soll ich denn hier machen? Hier ist ja nichts. Oder kann ich mich irgendwo... Nein, da komme ich ja her. Okay. Muss ich jetzt wirklich wieder gegen so einen Riesen kämpfen? Ohne jedes... Ohne jede Flask? Das ist aber unangenehm. Ich benötige ein Bonfire. Okay, da muss ich mal mir die Zeit nehmen. Mal in Ruhe zu scouten. Das kann ich jetzt nicht riskieren. Ich glaube ich kann da rechts vorbei schleichen. Welche Route geht er denn? Jetzt kommt er hier lang. Ich sitze hier so halb im Gebüsch. Der wird mich ja wohl nicht sehen, oder? Du wirst ja wohl nicht rauskommen, ne? Du bist ein reiner drin. Stubenhocker. Äh... Oh nein. Ist das noch... Ist das noch im Rahmen, was ich hier mache? Oder ist es zu spät? Okay. Äh... Ich habe ja noch diese Messer. Oh, ich hätte gedacht, er fällt rein. Schade. Ich habe keine Health mehr. Wo sind denn diese Messer? Ja, ich kann die nicht so schnell ausrüsten, glaube ich. Okay. Mein Pfeil und Bogen funktioniert nicht mehr. Okay. Oh, ei, ei, ei. Darf ich meine Wölfe summon? Ich muss jetzt mal ein bisschen rumlame. Und rumflame. Weil... Ich habe keine Flasks mehr. Hihihi. Ich kann hier nichts riskieren. Das ist mit meinen Hundimännern. Kann ich meine Hundimänner beschwören? Ne, darf ich nicht. Oh Gott, das ist riskant. Oh Gott. Yes! Totgemacht! Mit meinem Super Cheese. Ja, da kann man mir nicht böse sein. Das ist völlig in Ordnung. So, das ist doch jetzt hier ein Fahrstuhl. Fahrstühle haben... Hebel. Der hat hier aber auf dieser Stufe offensichtlich keinen. Da geht es sehr tief hinab. Gucken wir uns mal in Ruhe diesen Raum an. Hier sind wieder die Wappen. Okay. Was gibt es hier noch? Was hat der hier noch bewacht? Lebensmittel, irgendwas. Da wieder solche Kanonen. Es ist einfach eine Waffenkammer. Die haben verdammt viele Waffenkammern hier. Muss man echt sagen. Grüß zurück an Ryan van Hinden. So, jetzt. Komm. Machen wir mal hier. Machen wir mal ein bisschen ruhig. Ruhig. Schauen wir mal ganz. Und da ist der Hebel. Da hinten ist doch was. Ne. Ich riskiere hier gar nichts. Aber hier ist auf jeden Fall mein Hebel. Hallo? Oh nein. Das will ich nicht hören. Da ist ein Item. Wahrscheinlich... Ne, das ist auch Quatsch. Muss ich dann von unten kommen? Kommen wir mal nach da ganz oben. Mensch. Wie auf Eierschalen muss ich mich hier... Bewegen. Okay. Ich kann hier nichts riskieren gerade. Wie ist sein... Laufpattern? Oh. Kommt hier die ganze Treppe runter, ja? Scheiße. Ah, da kommt er. Shit. Ich kann nichts riskieren. Er wird doch nicht. Okay. Nein. Ah, nein. Ich habe keine Zeit. Was mache ich denn jetzt? Wie komme ich denn da rüber? Gibt es irgendeine Chance? Lass ich mal hier rum... Gucken. Ich gehe erstmal hier rein. Ich komme nicht außen rum. Ich denke, ja. Oh, hier ist Bonfire Zeit, oder? Komm, hier muss doch irgendwo eins sein. Komm, hier muss doch irgendwo eins sein. Okay. Ruah. Wo ist ein Bonfire? Oh. Huhuhuhuhuhu. Da freut er sich. Ja, Bolz brauche ich nicht. Ich habe nur einen Bogen. Bogen verschießt Pfeile. Keine Bolzen. Das wäre doch eigentlich ein schöner Ort hier für so ein abendliches Bonfire. Gut, die Typen sind ein bisschen im Weg. Das muss ich zugeben. Wie sieht es denn hier aus? Da kann ich aufs andere Dach springen. Da geht es auf jeden Fall weiter. Boah, das ist ja riesig. Ich weigere mich hinzunehmen, dass es hier kein Bonfire gibt. Welcher Architekt hat das verzapft? Ah! Boah ey, den habe ich fast nicht gesehen. Oh! Crossbow! Das erweitert unsere Optionen. Nein! Achso, das ist die Halberde. Wo ist der Crossbow? Da. Ja, starke Leistung. Jetzt kann ich mit einem Crossbow mich nämlich zur Wehr setzen. Also das ist fast wie diese Dark Souls Nuck Challenge, ne? Jetzt nicht sterben zu dürfen. Und einen halben Lebensbalken. Keine Flasks. Aber wie ist der denn eigentlich hingekommen? Ist da eine Öffnung? Da ist überall zu. Wie ist der denn da hingekommen? Wie ist der denn da hingekommen? Wie ist der Tag, wenn der Tier da hingekommen hätte? Und dann hab ich alle Flasks in das wäre jetzt nicht so schlimm da geht es nicht aus wenn dann wenn dann hier aber ich hoffe ich überlebe das falls ich runterfalle die frage ist ist da überhaupt irgendwas lohnt sich das überhaupt darüber zu gehen warte mal ich kann auch hier das geht auch oder keine ahnung ja es geht auch die bessere wahl immer noch nicht verstanden wie der rübergekommen das kann jetzt ja auch nicht sein normaler arbeitsweg sein und die throwing daggers in rock band die throwing daggers mit ihrem neuen song throw throw let it go the daggers want a show ja das ist natürlich jetzt höchst brisant ach so mal hier ist ja auch noch das andere item da geht es zur seite wo ist der fahrstuhl denn fest gehakt oh mein gott bonfire oh baby nice wo war das denn jetzt ja ja So, ich muss natürlich da jetzt eigentlich mal sitzen, weil ich habe keine Flask mehr. Ich wollte nur einmal kurz gucken, wo ich hier bin. Okay, da ist das Innere der Burg, aber ich hätte auch da runter droppen können und dann, man weiß es nicht. Jedenfalls kann ich jetzt hier mal guten Gewissens mich hinsetzen. Stark. Was geht bei euch, Leute? Spielst du es über Steam oder auf PS4? PS5? Ich spiele es auf PS5. Mofasa. Mofasa von König der Löwen, vielen Dank. Und für deinen Prime. So sieht das aus. 26? War es 26? Welches Level bist du? Achso, ich kann es doch gerne nochmal zeigen. Nein, gleich. Erstmal Level ab. Kann ich Level ab machen? Nein! Aber ich habe noch genügend andere Sachen. Ich brauche was? Drei, vier, fünf kleine Coins. Fünf kleine, glaube ich. Oder was macht ein großer? 400, ja. Und dann noch, was habe ich gesagt? Habe ich gesagt fünf? So, dann machen wir mal Level ab. Level ab. Oh, ich habe viel zu viel genügend. Warum? Ich habe viel zu viel gesnackt. Wir gehen mal, wir machen mal das Leben auf 20. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Wert. Fühle ich mich gut mit. Jo, dann. Achso, genau. Welches Level? 26 oder so. Ich glaube, ich kann euch das nochmal eben zeigen. Das bin ich Level 26. Jetzt 333 Runen. Na, wenn das kein Zufall ist. So, hier ist jetzt wieder so ein Adler da. Den habe ich doch gerade so richtig schön geärgert mit meinem. Oh. Da. Unnötig. Na, dann schauen wir hier mal weiter. Also, da ist direkt der nächste Rabenmann. Oder die Rabenfrau. Oder eine Rabenmutter. Hier sind überall diese Explosivfässer. Ah, der will mich damit beschmeißen. Das habe ich ja noch nie erlebt. Ist ja völlig wahnsinnig. Habt ihr das gerade gesehen? Kamikaze-Adler, oder was? Das ist ja unglaublich. Diese armen Tiere. Erst werden die gezwungen, diese seltsamen Aufsätze da zu tragen. Und dann machen die noch so'n Quatsch. Kein Wunder, dass da überall Löcher in den Wänden sind in dieser Burg, wenn die da so selbst die Tiere mit solchen Exklusivfässern spielen lassen. Da wundert mich gar nichts mehr. So, was haben wir denn hier? Wir gucken uns immer so schön um. Die räumen wir mal lieber aus dem Weg, ne? Wobei ich die ja vielleicht auch springen könnte. Mit Feuerpfeilen. Aber ich habe gerade keine Feuerpfeile. Wenn ich welche hätte, könnte ich hier vielleicht auch einen etwaigen Endgegner... Bye! Yo! Yo! Und? Hast du dich selbst gerichtet? Nein! Aus irgendeinem Grund hat der Vogel das überlebt. Fragt mich nicht warum. Er hat dabei nicht drauf gegangen. Ist aber okay. Wer macht sowas? Wer trainiert solche armen Vögel, solche prächtigen Adler zu solch schändlichen Taten? Von alleine kommen Adler nicht auf so eine Idee. Noch zwei goldene Runen, das nehme ich gerne mit. Oh, ist das hier wieder ein Fahrstuhl, der nicht da ist? Ne. Da kann ich mich droppen lassen. Aber bevor ich mich droppe, gucke ich erstmal noch hier auf so ein Dach. Was es hier noch so gibt. Da oben ist noch wieder einer dieser Adler. Hier ist eine Leiter. Oh! Kann ich mich vielleicht auf den Typen fallen lassen? Oh! Oh! Äh! Hallo! Entschuldigung! Ähm! Ja! Warte! Oh! Dumme Idee! Ähm! Warte jetzt! Ah! 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 Da kam ich nicht mehr weg. Ja, okay. Zu zweit. Oh! Oh! Der ist grad schön mächtig. Der erinnert mich an diesen Black Knight. Um echt zu sein habe ich das Gefühl, das ist so ziemlich genau das Pendant zum Black Knight bei Dark Souls. Tja. Okay. Pass auf. Hei, 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 hei! Aber ich habe ja zum Glück hier meinen Bonfire. Mir geht es gut damit. Ist nichts weiter passiert. Gibt es irgendeine Möglichkeit da schneller wieder hinzukommen? Ne. Muss ich das alles machen? Ah! Okay. Das war ja Quatsch. Ne. Okay. Warte. Da setzen wir uns nochmal direkt an Spawnfire. Das hat ja gar nichts. Das war ja Quatsch jetzt. Ich hätte hier aufgepasst. Das ist direkt eine Flasche. Ich habe den Mask weg. So. Ach warte mal. Ich kann ja übrigens ähm... Bone... Ne. Nicht Throw. Bone Arrow. Ach doch. Warte mal. Bone Arrows kann ich tatsächlich schon craften. Sehe ich gerade. Ich kann mir schon Pfeile craften. Und Bolts. Okay. Das ist ja schon mal gut. Warte. Ja. 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 Okay. Das ist doch gut. Das heißt, ich kann jetzt... Ja. Da hab ich 25 von. Das ist doch gut. Und Stormhawk. Feather und Flight Pinions. Ja. Wenigstens ein bisschen Loot bekommen. Ist auch übrigens... Gut ist die... Armbrüste haben eine sehr viel größere Reichweite. Als... Bei den Souls spielen. Also die Reichweite... Ist die Reichweite dieser... Armbrüste sehr sehr gering. Deutlich geringer als die der... Pfeil und Bogens. Oh, Warhawks Talon. Was ist denn das? Ist das eine Waffe? Oh, guck mal hier. Decks levelt auf C. Oh, die sieht gar nicht so schlecht aus. Die hat sogar Critic... Ne, das ist... Die hat Critical noch. Okay. Also die... Ist by the way auch nicht schlecht. Die kann ich ja mittlerweile auch übrigens tragen, ne? Die Waffe hier. Nicht schlecht. Wow. Ein gutes Moveset. Schnell. Wow, sehr schnell vor allen Dingen. Steht da ein Text zu? Ja. Ja. Tick, 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 tick. Tail and Swords are affixed to the legs of Stonewaid's Warhawks. Ah, ja, ja. But this one had been repurposed for human use. The blade is thin and lightweight. 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 So as not to obstruct the Hawks mobility. Skill Spinning Slash. Ja. Und die kann ich jetzt auch nutzen hier. auch nicht schlecht. Und... Dann haben wir noch das hier. Das Claymore. Und da brauche ich noch ein paar Strength. Und dann kann ich das auch schwingen. Das ist natürlich wieder... Ah, nicht schlecht. Ein Stoß und ein... Aber okay. Ist auch ein gutes Schwert. Ich glaube das Claymore ist so traditionsgemäß durchaus eine der beliebteren Waffen, oder? In den Souls Titeln. Sehr schön. Na ja. Dann wollen wir mal weiter. Die passt zum Samurai Outfit. Ja, ich habe natürlich jetzt tatsächlich... Mein Katana hier. Mein Uchi Katana schon ziemlich hoch gelevelt. Das ist natürlich jetzt nicht einfach so zu ersetzen. Aber ich bekomme ja mittlerweile auch ganz gut diese Smithing Stones. Vielleicht kann ich noch ein zweites Schwert aufleveln. So. Da kann ich mich jetzt direkt auf jeden Fall rein droppen lassen und... Eventuell ist es so, dass das sowieso... Ah, da ist die Leiter. Ich verstehe nicht, warum ich den Typen nicht vernünftig angreifen konnte von oben. Aber ich kann den ja natürlich einfach auch mit meinem Bow platt machen. Hier. Was? Was bin ich denn für ein schlechter Sniper? Ernsthaft? Okay. Oh. Okay. Ähm. Vielleicht doch keine so gute Idee. Alter. Ich komme einfach nicht weg. Ich komme einfach nicht weg. So. Jetzt sind wir zu zweit. Nein! Fall nicht runter! Ich lebe. Fall runter. Eine gute Idee. Okay. Keine Flask mehr. Könnte weglaufen. Wäre eine feige Sau. Mach ich aber nicht. Wow! Ich bin zum Glück nicht feige. Oh! Was war das für ein Dash? Never! Never! Ich hätte weglaufen können, aber ich bin keine feige Sau. Das fand ich jetzt schade, aber bin ich unzufrieden mit der Situation. Ich bin der Meinung, dieser Dash war unrealistisch und Quatsch mit Soße. Aber gut, was willst du tun? Okay. Okay. Wow! Oh! Was ein Quatsch, dass ich da so viel verliere. Das ist einfach nur albern. Das fehlt mir jetzt im Kampf gegen dieses Ritterschwein. Ich brauche eigentlich gar nicht mehr runter gehen. Kann ich eigentlich direkt sagen, ich mache es hier nochmal. Ja, das ist schon toll, das macht keinen Sinn. Da habe ich gerade etwas Gedanken verloren. Das ist ja Quatsch. Jetzt dann mit zwei Flasks. Müsste ich mich heilen, dann hätte ich zwei Flasks. Ich muss übrigens mal wieder so ein paar Sachen finden, die meine Flasks verbessern. Da habe ich noch relativ wenig entdeckt. Baxi! Und Ratzfatz, danke für eure Primes. Sehr nett, sehr freundlich. So. Dafür gibt es jetzt auch Action. So, das mache ich jetzt nochmal in gut. Scheiße, die Wand an! Okay. Wenn der Wurm drin ist, ist manchmal der Wurm drin. Das gibt es überhaupt nicht. Kann mich nicht mal bewegen. Okay. Mega dumm. Jetzt wird es besser, versprochen. Das war nur ein Test. Das war. Es gab. So kann man es einfach auch machen, ne? Aber warum so, wenn man auch ein paar mal sterben kann, völlig unnötig und dumm. So, eigentlich müsste ich jetzt den Bogen rausholen. Weil mit dem Bogen kann ich manuell zielen. Das kann ich ja mit dem, was ist er denn da? Der Armbruch ist nicht. Na, was ist denn hier los? Sleep Build Up? Ok, ich habe Pfeile, die machen Sleep Build Up. Ok. 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 ich finde es so scheiße okay okay phew phew okay da geht er down der clown das geht wahrscheinlich auch noch irgendwie anders aber die sind schon tough die typen müssen wir mal sagen schleiche ich mich natürlich hier jetzt kann ich es mir nicht leisten irgendwie keine health mehr kann ich nur noch schleichen nein nein das war knapp das war scheiße knapp ich habe gedacht er kriegt den einschlag kriegt er noch okay was ist denn hier passiert nein was bist du ach du grüne neune ich habe ja keinen health was soll ich denn machen oh sieht der scheiße aus ach du grüne neune ach du grüne neune nicht eine flask oh man ich brauche ein bonfire ich sag's wie es ist was ist hier okay ganz kurz ich habe ich kann hier nichts mehr riskieren ich kann hier nichts mehr riskieren ist der alleine ich hoffe doch jetzt kommt er zurück ich werde den wahrscheinlich nicht mit einem schlag bekommen das heißt ich kann hier sehr sehr gut auch sterben wenn ich pech habe okay mies mega mies und total unnötig und doof hat auch der backstep nicht funktioniert ne kannst du dir nicht ausdenken Mist und keinen bonfire bekommen jetzt muss ich hier wieder diesen kann ich nicht einfach den raben vorbeilaufen ach das wird doch am ende wieder nix ich mache es lieber einmal so ich mache es lieber einmal so die bitte die haben eine erbärmliche reichweite okay na gut das ist ein bisschen lame mit den pfeilen hier okay das sind ja auch die selbstgecrafteten ne ach schnappt er sich jetzt noch irgendein fässchen nö so so Tini ist ja nicht hier Tini kriegt das nicht mit dann kann ich auch den bogen auspacken ey Leute ich bin samurai ich habe einen bogen standardmäßig zum charakter dazu bekommen natürlich nutze ich den auch so ich befürchte dieser große ritter der wird sich jetzt nicht seinem schicksal ergeben haben und taucht jetzt einfach wieder auf ja es ist leider so wie ich befürchtet habe ähm also ich habe jetzt zwei möglichkeiten da könnte ich noch reingehen gucken wir erstmal rein was da ist hab ich ja Glück und ich finde noch einen bonifire oder so ok kirche ja auch gerne mal hat er oh warte 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 ein freund hey ah nice to meet you wer bist du denn the pleasure is mine roger is the name roger a sorcerer as you might have guessed i'm looking for a little something here in the castle when i'm not hotfooting it from the troops that is but enough about me what are you doing here in stormvale castle this place is bristling with tarnished hunters you know they sacrifice our kind for grafting not exactly a place i'd stroll into without a purpose in mine i'm here to defeat godrick können wir ja mir ruhig sagen i see here to challenge godrick and lay your hands upon a great rune are you richtig so you can see it then i take it the guidance of grace ja well enjoy it while you can i'm tarnished like you but unlike you i've seen neither hide nor hair of this guidance for the longest time still i won't forget how it felt when i first came here to the lands between i'm privy to a few magical battle arts would you care to learn one as a fellow tarnished once guided by grace i'd love to help you out if it please ja aber das heißt aber auch umsonst oder finde ich frech er sagt er hilft mir und dann will er kohle dafür also was ist denn das also sorry ash of war glinst und pebble was braucht man dafür mhm usable on swords as well as pole arms capable of thrusting glinst und pebble magic grants affinities and skills to an armament ash of war oh ash of war korean great swords ja spinning weapon mhm keine ahnung das ist sehr teuer teuer könnte gut sein aber ich habe kein geld deswegen geht das gerade nicht dann schauen wir mal hier darf ich sicherlich nicht rauf oder oh entschuldigung so was ist hier draußen glass shard so ich kann den typ natürlich jetzt von hinten angreifen und ihn erneut platt machen das ist sicherlich kein problem für mich für meine unglaublichen fähigkeiten aber die frage ist oh ha 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 ich lock dich raus nein nein das hat nicht geklappt ich bin ein bisschen beleidigt das ist ja das hat einfach überhaupt nicht funktioniert ja 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 jubelidop wir sind alles freunde wir machen nur spaß miteinander nichts von dem was hier passiert ist in irgendeiner form unserer freundschaft abträglich Alter du sollst climb bist du denn jetzt völlig wahnsinnig du sollst da climben Alter habt ihr das gesehen der macht irgendeine bescheuerte pose ist der völlig verrückt ok der ist einfach wahnsinnig ich geb es zu wieso kannst du durch mein Feuer ich habe jetzt kein bock jedes mal gegen dich zu kämpfen sei ich dir ehrlich sag ich dir ehrlich ich dachte ich kann mir noch einmal runterrollen ich weiß nicht ob du schon weißt aber wenn du dreieck gedrückt hältst und deinen controller bewegst machst du diese Bewegung ja ich wollte ja noch klettern und wenn du denn eine Sekunde ne ok danke für die Information das ist gefährlich hier alles kann ich hier irgendwie schneller vorbei ich habe keinen bock jedes mal die ganzen Kämpfe hier machen zu müssen soll ich mal versuchen an den Raben vorbeizurennen ich könnte es ja mal vorbei ich könnte es ja mal versuchen an den Adlern Adlerraben vorbeizurennen ja wieso lang klappt das hier könnt ihr nicht rein ihr könnt hier nicht rein ich einfach sage es geht nicht und die machen es einfach obwohl ich gesagt habe es geht nicht machen die das da guck mal er schwebt da guck mal er kommt ja na gut geht trotzdem schneller ok hier sind meine Leben die holen wir uns natürlich zurück da ich hasse ich drück manchmal wenn man zweimal drückt macht er das glaube ich auch nervig so also da ist nur dieser Typ wo ich was kaufen kann ich spiele mit dem Gedanken einfach mal in die andere Richtung zu laufen weil da ist ja offensichtlich kein Bonfire es gab warte mal es gab diese eine Stelle noch wo ich drüber hüpfen könnte das war da hinten ich kann ja einfach mal den ignorieren und abhauen ich muss ja nicht immer gegen ihn kämpfen oh das Tor was ist denn da hin das sind Ratten so muss ja nicht immer kämpfen man kann ja auch mal abhauen nein jetzt haut er mich doch nicht ok sehr schön der Sprung ging nämlich daneben so jetzt sind wir wieder hier da unten ist ein ekelhaftes Geschöpf was auch immer es ursprünglich mal war schlimmer kann es nicht gewesen sein ich glaube eine Verbesserung hat er nicht erzielt so jetzt könnte ich ja da war nämlich noch der Hanselmann bei dem ich gerade natürlich das Ding vercheckt habe hier könnte ich rüber da steht noch einer und hier ist oh ist das ekelhaft das machen wir mal ich verarschen ok da ist jetzt ein bisschen pisst das kann ich ihm nicht übernehmen und was ist das hier guck mal das ist oh den haben die so oh ist das ekelhaft die haben so einen riesen das ist einer dieser Baumriesen ne gegen den ich auch gekämpft hatte oder den haben die einfach mal ausgeweidet hier auf oh Gott ist das fürchterlich grausam fürchterlich grausam das ist ja so Quatsch wie soll denn das gehen vom Winkel her ich stehe doch schon genau da drauf ne ok jetzt ist Schluss mit lustig dann geht das halt nicht so zwei Möglichkeiten entweder ich versuche den nochmal zu backstabben diesmal natürlich auf dem anderen Weg und das werde ich jetzt auch tun ich backstab den nochmal ob man den riesen runterschießen kann ich glaube ehrlich gesagt nicht der hat so viel Metallketten ich probiere jetzt erstmal mach ich das jetzt hier so so oh oh okay er ist sauer auf mich ich verstehe es ein Stück weit verstehe ich es Der Raum sieht ja relativ prächtig aus. Was haben wir denn hier? Mimics Vale, was ist das? Was haben wir hier bekommen? Mimics Vale. Was ist das? Warte mal, was habe ich denn da? Da ist es doch. Uses FP to mimic nearby objects. Okay, das ist ja lustig. Da kann ich mich wahrscheinlich verstecken und mich an Leuten wobei schleichen und im Multiplayer sicherlich auch sehr spannend. Dann kann man sich einfach verkleiden und niemand findet einen. Das ist schon ein mächtiges Item. Das hat sich gelohnt. Hier möchte ich die Geheimtüren. Ich befürchte nicht. Na gut, das haben wir doch schön hinbekommen. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir droppen uns hier bei diesen ekelhaften Dreckskötern oder wir gehen hier rüber. Ja, wir machen mal Zweiteres. Schleich, Schleich. Und da rüber geht. Oh. Was war das denn noch? Da ist noch irgendwas hängen geblieben. Naja, mir egal. Die sind nicht lebendig, oder? Das sind nur irgendwelche Stein-Dinger, ne? Ah ja, guck mal. Von hier hätte ich den auch... Hätte ich auch reingehen können. Das ist ja lustig. So eine Leiter. Ja, tatsächlich. Nach oben. Ah, das sieht schön aus. Da ist der Baum. Guck mal. Oh, schön. Godrex Castle. Ich will nicht zu viel fordern, aber jetzt so ein schönes Spawnfire wäre jetzt irgendwie auch mal, finde ich, angemessen. Ah, hier gibt es noch eine Terrasse. Okay. Das merken wir uns. Ja, und hier könnte man... Na, das ist wahrscheinlich schon zu weit, oder? Da stehen zwei von diesen... Wow, da stehen auch richtig viele Typen. Das ist ein Haupteingang. Also, ich habe schon das Gefühl, das ist eine ziemlich große, mächtige, wehrhafte Burg, in die wir hier gekommen sind. Auf Wiedersehen. Da ist nochmal der Ritter von der anderen Seite. Da ist eine Tür. Äh, aha. Warte mal, bin ich jetzt oberhalb des grausamen Wesens? Ja. Oder unten? Ne, der ist... Der ist schon da unten. Der ist nicht hier, oder? Ahhhh. Au. Hat er sich den zu fressen geholt? Oh, ich könnte von dir... Ich könnte mich grad so super auf den droppen lassen, aber das mache ich nicht. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Mensch ist. Oder halt eben nicht Mensch. Aber es ist schon auch verlockend. Prickled Turtle Nike. Oh Gott, sieht der fies aus. Hat der Henchman hier drin? Ja, es ist natürlich... Kann ich den anwählen von hier oben? Oh, soll ich es machen? Es ist verlockend. Ist das am Ende noch? Ne. Ah. Okay. Okay. Alles klar. Ja, da reden wir gleich nochmal drüber. Der ist offensichtlich schon so ein bisschen sauer auf mich. Erstmal... Was das denn sein? Was? Wie willst du das denn jetzt gemacht haben? Okay. Okay, das nehme ich mit. Okay. Wir sind uns schon einig, Typ, dass das hier Quatsch ist, was du da gerade machst, ne? Wieso? Naja, die sind halt nicht besonders klug. So muss man sich das einfach erklären. Ach, okay, guck mal. Hier hätte ich einfach... Ich habe mich einmal im Kreis gelaufen. So, hier nähere ich mich jetzt aber mit großen Schritten diesem Ungetüm da hinten. Das werde ich natürlich jetzt nicht von hier unten aus angreifen. Da werde ich ja lieber drauf springen. Ja, komm mal zu mir. Das ist gut. Ja, aber dieser Krabbelkasper, der kommt ja nicht hier die Treppe hoch. Also der hat schon irgendwie ein gewisses Endbus-Format auch, muss ich leider sagen. Hey! Okay. Okay, der sieht auch ein bisschen aus wie der Typ von Star Wars. Der... Wie heißt der? Gong... Gong... Doku? Der sich... Kong... Kong-Star? Ähm... Der sich diesen... Jedi-Schwerter geholt hat. Ja, du glaubst wohl auf die Art und Weise. Ne, ne, ich mach... Ach, da ist ja noch einer von den Hanseln. Ah ja, okay. Der kommt jetzt hoffentlich. Komm, Hanselmann. Der bewirft mich mit Stein. Das ist ja fast eine Beleidigung. So. Also wenn es unausweichlich ist, gegen dieses Ungetüm zu kämpfen, dann kämpfe ich das aber auf meine Art und Weise, diesen Kampf. Ich könnte natürlich von hier schon... Eindecken. Aber... Ich gehe dann hier zurück. Und versuche ihn von oben zu erwischen. Hm... Kann ich eigentlich meine Hundimänner beschwören? Ne, ne? So. Wo ist er jetzt? Da. Direkt unter mir. Ja, ich glaube wir müssen es mal riskieren, oder? Könnt ihr mal ausprobieren. Ich habe ja so... Ja, diese Dinger. Ja, so in... So in der Art habe ich mir das leider vorgestellt. Mann! Okay. Ah! Ah! No! Never! Noch irgendwelche Huns... Hunsgemeinen. Da kommt der nicht durch. Ah! Ey, 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 ey! Oh! Boah! Ja, so auf die Art und Weise kann ich jetzt nicht gegen ihn antreten. Aber hier ist eine Nebelwand. Vielleicht ist das ein Endboss. Dann wäre das mega dumm. Use Stone Sword Key. Ach ja. Klar. Was habe ich jetzt gemacht? Was exakt? War... Was habe ich jetzt bekommen? Ach so, die Tür geht auf. Das habe ich bekommen, oder was? No! 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 So, mal gucken, was hier noch ist. No! Oh! No! Ich dachte, ich kann da nochmal wegrollen! Oh! Da habe ich mich ja richtig in die Sackgasse... Wait! okay das ist ein ziemlich grauselige burg okay so habe ich mir das nicht vorgestellt tatsächlich meiner meinung nach hätte ich das schaffen können so der weg ist ja so verdammt weit das ist doch der erste boss mit dem skripte tod echt the raven 87 ich habe level 26 das ist ja einfach ungeheuerlich jetzt muss ich das alles normal machen oder was ich bin richtig erzürnt warum gibt es da keine keine bonfire die burg ist echt hart muss man wirklich mal sagen jetzt die auch noch auf der falschen seite sie ist immer so wir haben jetzt genug federn immer von den bekommen ist auch nett so auf den tipp scheiß ich links weiß ich ja was ist rechts geht weiter ah guck mal da da war ich kann ich den tipp links liegen lassen ah ich hole den wir mal das ist so knapp das ist wirklich eine halbe zehntel dass er mir nicht noch einen gibt so da ist der typ also die kann ich aber auch nicht einfach so machen weil der hat ja die ganzen minions und hunde und wort er war wenn ich jetzt auf den drauf springen dann kämpfte er leider nicht alleine das heißt mache ich das am besten wahrscheinlich da auch vorbeilaufen einfach nachdem Okay. No. so nein ok da sind zwei und seine beiden anderen hanschies und dann gibt es ja irgendwie noch einen hundi mann oder was und der ist der hat mich noch gar nicht entdeckt oder da bist du denn her so jetzt holen wir uns diese beiden typen noch und dann gehen wir mal in den infight oder kann man das hat und kann man das gab ja ich glaube der ist ganz schön hart der typ ich könnte da rechts raus ich bin nicht wann wo bin ich denn das letzte mal raus geflüchtet links er oder ich muss mich ihm ja früher oder später stellen ist ja nicht weicher tv hier kann man den backstabben guck mal ich dachte gerade da läuft noch ein anderer typ kann man den backstabben ich befürchte so etwas kann man nicht backstabben der sieht nicht backstabber aus das ist ein krabbenmensch ich halte ich für ziemlich unrealistisch diesen hof du bist nicht der meinung du musst auch irgendwann mal irgendwie ne ist klar du bist einfach mit unendlicher ausdauer gesegnetes super arsch loch aber weißt du was weißt du was ich glaube ich glaube du magst kein feuer warum glaube ich das weil niemand von der so aussieht wie du mag vorher hier kommst du nicht durch das weiß ich weil du bist zu groß okay der ist ganz schön hart und nervig hier kam ich doch vorhin durch diesen die statue oder hier geht es hoch warte mal war hier die tür mit die ich aufgemacht habe mit der statue ja oder hier 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 ja hier hier Der kommt ja nicht auf diese Erhöhung rauf Und dann muss ich ihn einfach noch mit Fire Arrows eindecken So meine Theorie Oh nein Oh Gott, scheiße Oh nein Was ist das eigentlich? Was ist das hier für ein Ort? Guck mal, da stehen mehrere von diesen Skorpions auf mich gerichtet Ja, das ist ja unmöglich Jetzt gucke ich erstmal nochmal durch die andere Tür Das geht, wenn man vielleicht Wenn man ein bisschen Health übrig hat So, da ist dieses schweinegesichtige Vieh Warte mal, was habe ich denn? Fünf Pfeile? Ne, ich habe doch irgendwas bekommen gerade hier Ja, das ist ja unmöglich Das schaffe ich ja nicht Das ist ja nicht zu schaffen Aber ich könnte ihn natürlich ein bisschen ärgern Einfach nur mal aus Spaß Oh ja, das ist machbar Ich kann den mit Pfeilen locker platt machen Ich habe nicht genug Pfeile, das ist mein Problem Und ich bin natürlich überhaupt gar kein Fan von Schießaktivitäten Und das meine ich im doppelten Wort Sind Wie dumm kann man eigentlich sein? Schlecht So, ich hole mir jetzt einzeln die Fraggles hier weg Ah, das ist da hinten ist auch noch ein Riese Ich habe Ein drittel Lebensbalken Es ist nicht machbar, was ich hier vorhabe Kein Elden Ring Spieler der Welt wäre in der Lage Das zu schaffen, was ich hier vorhabe Niemand Könnte das Ey Oh nein Ich habe nicht genug Pfeile für so einen Schabannack Nein, jetzt verarscht er mich Jetzt habe ich keine Pfeile mehr Hat der jetzt getroffen oder ist nicht getroffen? Das macht mich traurig Ich kann auch glaube ich nichts craften, oder? Ne Ah Habe ich irgendwas noch? Zumindest zwei von diesen komischen Oh ja, herrlich Oh ja, herrlich Oh ja, herrlich Oh, das ist ja fantastisch Danke, danke dafür Okay Das hat gut funktioniert Ich könnte den da oben mal anlocken Oh, wie soll ein Mann diese Situation einfach so überstehen? Es grenzt an Unmöglichkeit Nur der beste Elden Ring Spieler der Welt hätte vielleicht überhaupt im Ansatz eine Chance Irgendwas hier zu erreichen Ansonsten wüsste ich nicht, wie man das Bewechstelle dich sooooh Oh shit Okay Oh shit Irgendwie eine Leiter oder so Ah Alright Okay Take it easy, baby Fire arrows Und ich muss dir aufpassen, dass hier keiner hochmarschiert kommt Oh, ist das eine spannende Situation Kann ich da überhaupt Oder Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn ich jetzt hier versuche drüber zu schießen, dann sagt er mir wieder Oh, die Brüstung ist zu hoch Ich probiere es mal aus Meint ihr, ich kann da schießen oder bleiben die da hängen Ich befürchte, die bleiben da hängen Ne Und hier Ja, keine Chance, okay Verschwendung und guten Pfeilen Naja, dann Wer ist da unten Den holen wir uns Oh, da hinten ist auch noch so ein Schlachtmeister Da seht ihr das Und ich sehe weit und breit kein Bonfire Oh, wie soll ein Mann Das ist ja unmöglich Wenn das klappen sollte, dann Muss diese gesamte Sequenz In den Elden Ring Guide Für Superspieler Mit aufgenommen werden Po Peu Affe Po Po Check Hill Schnitzel sich die weg So, der traut sich nicht hoch Ich kann von der anderen Seite mich runterdroppenlassen Okay. Shit. Ich darf leider das Ding nicht benutzen. Das wäre natürlich sensationell gut. Wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, die stehen hier, weil die alle irgendwie erwarten, dass dieses große hässliche Ding aus dieser Tür kommt. Die wollen auch gegen das Ding kämpfen. Was sie nicht wissen ist, dieses große hässliche Ding passt nicht durch die Tür. Das wissen die natürlich nicht. Ich bin unzufrieden mit der Situation. Okay, ich könnte die jetzt auch einfach alle in Ruhe lassen. Und mich einfach an denen vorbeischleichen. Vielleicht ist das sogar die beste Idee, die ich je hatte. Ah, shit. No, 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 no. Ratet mal, wo ich wieder bin. Ah, ich bin bei den Adlern. Ah, Leute. Mein Leben. Ich brauche Pfeile. Am besten brauche ich Feuerpfeile. Und ich kann mir erst mal welche kaufen. Ich habe ja noch ein paar von diesen Dingern. Wir können erst mal wiederkommen. Das merken wir uns. Ich finde es eine Schweinerei, dass ich nur dieses eine Bonfeuer habe. Das gehört einfach verboten. Das ist ja so ein weiter Weg da rein. Aber ich gehe jetzt mal zu einem Pfeilkapitän. Und zwar meine ich, dass ich hier, oder? Seaside Runes. War das da? Ne, warte mal. Ne, das ist gelogen, was ich gerade gesagt habe. Und zwar Mal ganz kurz gucken, war das Oh, sind wir noch mal Ah, ne, das ist da. Da. Hier, oder? First Step. Da müsste das sein. Da müsste ich eigentlich ein paar Pfeile bekommen. Ja, falsch. Aber dann Wie geht das nicht? Ah. Dort hinten in dieser alten Kirche. Ach, wisst ihr noch, Leute? Wisst ihr noch, was hier war? Erinnert ihr euch noch an diese Gegend hier? Hey. Hey. Hallo? Kein Loot? So, da ist doch hier dieser freundliche Weihnachtsmann. Der verkauft mir Pfeile. Hallo. Mal gucken. Great. Well, you're back. Ja. Mal kurz gucken, was die kosten. Oder hat der keine? Doch, hier, der hat Bolts and Arrows. 20. Ja, ja, ich bin gleich wieder da. Ich bin nur kurz was snacken hier von diesen herrlichen 200 Mark und dann, pass auf, wir nehmen nochmal. Was sagst du? Ne, was war da? Da bist du doch durchgerusht. Ach so, ach so, ach so. Ja, ja, ja. Ich weiß, was du meinst. Ja, einige Spiele hatten hier Probleme, weil es gab hier so einen großen, goldenen Reiter. Der ist eigentlich relativ einfach, aber es gab tatsächlich einige Spieler, die haben es, ja, einfach nicht bekommen, hinbekommen. Und deswegen sage ich ja immer, fragt ruhig, wenn ihr nicht so gut seid in Elden Ring, dann helfe ich euch gern. So. Ein paar Pfeile einfach mal geholt. Ich könnte mir auch einfach 72... Ich hab... Ey, wisst ihr was? Scheiß drauf. Wir machen das jetzt anders. Ich hab jetzt... Ich hab jetzt... Ich mach's... Ich schieß die Sau. Ist mir egal. Das ist völlig legitim. Das ist völlig legitim. Wir machen nochmal... Kaufe nochmal welche nach. Ja. Komm, ich will noch ein paar Pfeile. So, jetzt... Müsste es eigentlich reichen. Ja, ich weiß, ich kann Pfeile craften. Dafür müsste ich jetzt aber ein bisschen, ähm... Sammeln gehen. Das machen wir natürlich jetzt nicht. Wir wollen zurück ins Schloss. Da haben wir noch... Oh, das haben wir auch noch. Oh, hier. Das hier haben wir auch noch. Okay, das... Ah, das ist natürlich jetzt sehr verlockend. Da waren wir noch gar nicht in der... In dieser Gruft. Da gibt's auch irgendwas Schönes. Ah ja, komm. Wir bleiben jetzt hier. Es mag für einige unmöglich erscheinen, dieses Level überhaupt absolvieren zu können, aber... Das Wort unmöglich existiert für mich nicht. Und wieder an den Habicht-Brüdern vorbei. Oh Gott. Ähm... Wisst ihr... Wie der größte Klugscheißer-Vogel heißt? Der größte Klugscheißer-Vogel ist der Habicht. Der sagt immer, Habicht, dir nicht gesagt. Okay, einfach nur ein kleiner Gag zum Rande. Okay, was ist mit... Was ist... Was ist euer Problem? Was ist insbesondere dein Problem? Jetzt hätte er uns fast... Ja, aber genau... Genau, wer bist du denn, ey? Wie slidest du denn da durch? Habt ihr das gesehen, wie der da durchgesnieselt ist? Unfassbar. Das hab ich noch nie erlebt. Okay. Faut er wieder ab. Jetzt vereint er sich wieder mit seinem Retter. Ich komm mit. Meint ihr, die... Werden meiner Gewahr? Das hast du nicht hören können. Mein Freund. I call bullshit. Never. Never, du Lurch. Never. Oh shit. Gott, sie ist immer noch hinter mir her. Jetzt aber Schluss. Ja. Jetzt ist Schluss. Okay, jetzt hau ich die... Schieß ich die Sau weg. Oder? Herr Ritter, darf ich... Davon ausgehen, dass sie... ...die Head Sack abgebrochen haben? Ja. Ich denke jedes Mal, der erwischt mich noch. Oh. Dropped er hier eine X. So. Und zwar, ich komme auch da hinten rüber. Wenn ich einmal von da oben kann ich einen Easy Cheesen. Hier ist das Geländer. Da bin ich mir nicht so sicher, ob das geht. Aber da oben. Von der anderen Seite geht das. Dann muss ich wieder an dem hier vorbei. Da kann ich... Was passiert, wenn ich an dem vorbei laufe? Oder wenn ich... Soll ich mal was Lustiges probieren? Komm, wir probieren mal einen kleinen... Seid ihr bereit für einen lustigen Action? So, wir machen was... Oh ja, ich muss erst mal was... Was kurz was scouten. Dann machen wir mal was Lustiges. Ich muss kurz eine Information mir einholen. Oh, okay. Das ist... Na, okay. Shit. Das wird schwierig werden. Mal gucken. Vielleicht klappt es ja. Ich lasse den Typ mal leben. Ich bin mal so nett. Ich schleife mich mal an dem vorbei. Ein bisschen Metal Gear Solid. Style. Okay. Nein. Was habe ich denn? Was? Ey, das war jetzt richtig scheiße. Das war nicht in meinem Sinne. So, jetzt gibt es zwei Positionen. Von hier kann ich ihn, glaube ich, ganz gut schießen. Oder von... Alter, okay. Das ist einfach völliger Wahnsinn. Das finde ich... Ey, das fand ich jetzt so was von scheiße von dir. Wie ich einfach so freundlich gesagt habe, nee. Welcher von denen ist das denn gewesen? Der war das. Ey, ganz ehrlich. Das finde ich einfach richtig, richtig unfreundlich. Habt ihr das gesehen? Oh Gott. Gott, da ist sein Bruder. Da seht ihr den Schatten? Seht ihr da hinten den Schatten? Okay, jetzt hat er natürlich sich selber insofern geschadet, weil ich ihn jetzt natürlich nicht nochmal davon kommen lasse. Jetzt hole ich ihn mir. Ich hab gedacht, oh okay. Was? Jetzt kloppt er vor Wut gegen... Nee. Du kannst mich... Hat er mich gehört? Nein. Okay. Jaja, dann sei du mal wütend, wenn es das ist, was du am besten kannst. Dann sei du doch wütend und ich bin nicht wütend. Das macht aber irgendwie Spaß, dieses mit Feuerspielen. Wieso lebt, wieso lebt er? Wieso lebt er? Ich mein, er musste ja zu genau hingucken. Er konnte es ja nicht einfach dabei belassen. Und ich meine, von hier... Äh... Bis... Da. Müsste eigentlich eine sehr gute Position sein. Achso, der hat keinen Kopf mehr. Wobei, jetzt ist er unter mir. Na guck, ob ich ihn schießen kann. Ich höre Florentin. Willz! Ah, nein, ich will das andere. Willz, sagt Florentin. Ich höre ihn. Bis hier. Okay. Na ja, dann vielleicht doch von da hinten. Dann machen wir von da hinten. Dann machen wir von da hinten. Na? Ernsthaft? Ich mein, der tut mir fast leid. Der schmeißt mit Stein. So. Bin immer gespannt, ob das jetzt geht. Oh Gott. Ah, der Tenz ist weg. Komm mal, der Tenz ist weg. Das ist ja der Oberhammer, der Tenz ist weg. Das finde ich super, auf eine Art und Weise. Ah. also elegant ja auf jeden fall er ist sehr wütend ich verstehe weshalb er wütend ist aber ich bin auch wütend das ist aber auch was ist das für ein typ weil diese robe die er da an hat ich gucke nicht mal zu euch in den chat ja es ist ein bisschen lame aber hey ich habe hier kein bonfire wenn ich jetzt gegen den kämpfe dann sterbe ich ständig und ich habe keine lust dieses weg oder immer zu gehen der droppt ja nicht mehr irgendwas der droppt ja nicht mehr irgendwas das hier highland axe wow ob er das ist in früheren zeiten nein der sieht ganz anders aus aber der sieht geil aus guckt euch diesen typen an ey das ist doch ein löwe jetzt können wir uns mal in ruhe hier umschauen was ist hier passiert hier sind die hunde oder okay okay ich gebe es zu ich habe es ein bisschen verdient ich war mir sicher erst mit dem ich war sicher erst mit dem dritten schuss weg okay das war lehm ich gebe es zu ich gebe es zu aber das ist krabbel 4 jetzt weg ne die krabbe respawnt nicht ne 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 da wäre ich halt überhaupt nicht dabei wenn die respawnt da würde ich sagen nein krabbe das machen wir nicht ja dass man gegen die auf dem bild da noch antreten muss das kann ich mir auch vorstellen ich bin unzufrieden mit der situation shit warte mal hatte ich nicht auch vielleicht ziemlich viele seelen oh ich sollte jetzt ein bisschen aufpassen fällt mir gerade ein wahrscheinlich hatte ich durch dieses feeder doch eine menge seelen bekommen das werde ich jetzt echt schade jetzt muss ich ein bisschen aufpassen jetzt sollte ich aufhören so cocky zu sein okay okay jetzt passe ich ein bisschen auf laufe ich einfach durch zu meinen seelen oder wie mache ich das jetzt klappt ja auch nicht immer ne wie man vorhin gesehen hat so jetzt muss ich ein bisschen aufpassen da rechts ignoriere ich mal ja der ist weg war das hier ne welche tür war das da hinten oder aus da hinten oder aus oder 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 Also das ist einfach nur absolut widerwärtig. Also es hat wirklich schon so Diablo-eske Züge, nur natürlich viel ekelhafter alles. Oh hier, das war noch ein bisschen Obst, das sieht sogar noch schmackhaft aus. Ist auch nicht alles verdorben. Hm. Hier war, also das war mal eine richtig prächtige Festhalle. Hier wurden die Feste abgehalten, hier wurden die Gäste bewirktet. Das hier ist der Burkhair auf jeden Fall, was ein mächtiger, krasser Typ das ist. Mit seinem weißen Löwen als Kampfgefährten. Oh dieses, dieses wunderbare Schloss wird irgendwann einfach komplett. Vernichtet. Okay, also da geht's wieder raus, das ist der Weg, den wir eben gegangen sind. Lass mich einmal noch ganz kurz hier diese Wände ablaufen. Das waren die Wölfe gerade. Ne, gar nicht wahr, warte. Das waren nicht die Wölfe. Wo geht's denn hier nochmal lang, waren wir hier schon? Ne, waren wir nicht, sonst wäre hier nämlich das Item nicht mehr da. Boah. Boah. Ich hatte das Gefühl, hier war ich schmal, da bin ich wahrscheinlich panisch lang gelaufen. Iron. Boah. Mein Schatten da hat mich gerade ein bisschen erschreckt. Überall Waffenkammern. Oh, Hawk Crest Woodenshield. Aber Woodenshield. Ich höre doch hier irgendein Schwein oder sowas. Hört ihr das? Über mir oder was? Lass mal eben gucken, was wir hier eingesammelt haben. Das hier. E und D. Dagger, ach so ein Dagger. Ja okay, wir sind ja nicht so die Dagger Typen. Highlander X. Oh, sieht auch nicht so schlecht aus. Der Morgenstern. Flail sieht erst gar nicht so schlecht aus. So, dann schauen wir mal hier nochmal. Ach, hier da war. Ah ja, jetzt weiß ich wieder. Ja, ja, ja. Ja, 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 klar. Oh, wow, 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 wow. Da unten sind irgendwelche Schweine. Oder Ratten halt, ne? Die haben wir ja vorhin auch schon gesehen, die Ratten. Klingt aber eher wie Schweine, finde ich. Okay. Wisst ihr was, ich habe eine Idee. Könnte ich nicht eigentlich die Fackel da in die Pouch legen? Geht das? Ne, oder geht das noch hier unten? Vielleicht nur da unten, ne? Wie habe ich das eigentlich nochmal gemacht? Bin ich doof? Wie bekam ich da genau? Zack. Und dann so. Und dann könnte ich die Fackel darauf legen? Ne, schade. Na ja, dann gehen wir jetzt diesen Weg. Den wir vorhin schon machen wollten. Jetzt haben wir ja jede Menge Pfeil und Bogen, das ist eigentlich ganz praktisch. Ah, schön saßen. Die Typen, ne? Das ist irgendeine Dienerkaste, befürchte ich. So, jetzt probiere ich mal diesen lustigen Trick nochmal von vorhin. Dass ich genau in dem Moment auf den schieße, wenn die anderen da vorbeilaufen. Mal gucken, ob das wieder klappt, das hat mir gut gefallen. Ah, die sonst ist zu weit weg. Ah, jetzt gehen sie da lang? Ja, 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 ja. Nö. Schade. Ah, jetzt räumen wir mal ein bisschen auf hier. Alles herrlich, wenn man so eine Pfeile hat. Die merken das gar nicht, denen ist das völlig egal. Die wissen gar nicht, wie ihnen geschieht. Ah, wer schießt? Ich schieß. Was? Ehrlich. Guck mal. Das seht ihr gar nicht. Soll mir nur recht sein. Was, da lebt der noch? So. Der lebt auch noch. Das ist nicht einfach. Okay. Ehrlich. Okay. Ah ja, guck mal. Da. Der pumpt jetzt richtig rein. Der ist sauer. Aber er trifft ja nicht. So, jetzt haben wir ja so langsam hier schon ganz gut aufgeräumt. Also entweder wir machen das oder wir Stealthen. Das ist beides eine gangbare Option. Aber so finde ich ganz gut. Dann räumen wir das hier in Ruhe auf und dann müssen wir nicht gleich wieder uns gegen 20 Typen erwehren. Ah, guck mal. Der kommt. Das ist nett. Ja. Und den da oben noch. Mal gucken. Wischen wir den? Was meint ihr? Oh ja. Geil. Ah, sehr schön. Der kommt auch. Das soll mir recht sein. So, jetzt haben wir ein bisschen. Na, der lebt noch. Uns ein bisschen hier den Gang freigemacht. Das wir nicht gleich gegen 20 auf einmal kämpfen müssen. Okay. Ey, 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 ey. Bist du wahnsinnig? Der hat mich getreten. Habt ihr das gesehen? Gut. Also. Den Rest machen wir jetzt auch noch. Bevor wir uns die ganzen Items hier snacken. Die hier rumliegen. Achso, ja. Die sind ja alle weg hier, ne? Sind wir uns einig, ja. Ich würde gerne wissen, was die so bewachen. Da unten. Okay, die bewachen gar nicht die Tür da hinten, aus der ich kam, sondern die gucken alle hier runter. Okay, die haben irgendwie Schiss, dass hier Invasoren kommen könnten. Da haben die richtig Schiss vor. Aber ich würde gerne mal wissen, was die glauben, was da hochkommen könnte. Ich befürchte, wir werden das noch rausfinden. So. Magic agrees. Gieß. Goldene Rune. Okay. Also da hinten ist ein riesen Dödelmann. Da oben war auch noch einer, der wollte eigentlich runter kommen. Hat er gesagt. Hat er aber nichts gemacht. So. Okay. Das gucken wir uns jetzt mal an. Erstmal schleiche ich mich hier hoch. Schleich, Schleich. Ja, da ist er. Den haben wir nämlich eben schon angedödelt. What a great shit. Von hier hat man noch einen guten Ausblick. So, was ist das für ein Typ? Der hat einen riesen Hammer oder was ist das? Oder eine riesen... Der sieht ein bisschen beleidigt aus auf jeden Fall. Oh, da hinten. Da ist ein Bonfire. Und damit weiß ich, was ich tue. Ich schleiche mich vorbei. Und hoffe, dass der mich in Ruhe lässt. Oh, ich hoffe ich schaff's. Oh, erstmal hier noch ein Item. Oh, das wäre ja fantastisch. Jetzt habe ich gar nicht gesehen, was das war. Oh, ich dachte, da kommt was von oben. Dabei war das nur der Schatten der... Oh, phew. Des Banners. Yay, 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 yay. Oh, nice. Also, hier sind wir jetzt. Das war das, was wir hatten. Und das sieht relativ nah dran aus. Aber wenn ihr den ganzen Weg hier... So außen rum. Ah, sehr, sehr gut. Okay. Okay. Das gefällt mir. Ich werde natürlich jetzt nicht rasten an dem Feuer. Es sei denn... Ich habe wie viele... Doch, ich raste. Ah, ich... Raste ich oder raste ich nicht? Ist das hier ein Shortcut? Natürlich nicht. Aber es wird später ein Shortcut werden. Ja, das Ding ist, wenn ich jetzt hier raste... Um... Ach, was. Ist das der Fahrstuhl, von dem ich denke, dass er das ist? Ja, ich glaube, das ist er, oder? Aha, aha. So, was ich sagen wollte ist... Genau, wenn ich jetzt raste... Dann sind alle... Typis wieder da, die wir gerade platt gemacht haben. Wenn wir... Nicht rasten... Dann... Haben wir natürlich das Problem... Dass wir die Seelen alle verlieren könnten. Deswegen tendiere ich dazu... Mir erstmal ein Level zu holen. So... Und zwar... Machen wir vielleicht... Vega einfach voll auf... 20... Dann bin ich damit auch erstmal zufrieden. Und von diesen 503... Von diesen... Ey, von diesen 700 Mark, die ich noch habe... Komm, wir gehen einmal wieder zurück zu diesem Pfeil, Johnny. Kaufen die Pfeile. Und dann gehen wir wieder zurück. Bekommt man die Pfeile beim Rasten wieder? Nope. Cotonis leider nicht. Schön wär's, ne? Sag mal, wieso gehe ich eigentlich jedes Mal ins falsche Ding? Damit ich mal wieder mit meinem Pferdchen durch die Gegend reiten kann, wahrscheinlich. Der schlechte... Schlechteste des Schafsschlechterer der Welt. Diese Dinger brauche ich zum Craften. So. Schnell nochmal... Pfeile kaufen. Goodbye. Goodbye. Ich habe gerne... Mein... äh... Letztes... Geld ausgegeben, bevor ich mich in schwierige Kämpfe begebe. Moin Nils, hat noch nie einen Souls-Teil gespielt. Kannst du diesen hier empfehlen? Frag... Bayer Libor. Auf jeden Fall uneingeschränkt. Das Ding ist... Also die Welt ist natürlich groß und... Wenn du noch nie einen Souls-Teil gespielt hast, musst du natürlich erstmal auch die Mechanismen des Spiels kennenlernen. Also weil alles, was man hier sieht, ist eigentlich eine Melange aus allen vorherigen Souls-Teilen inklusive... Sekiro und Bloodborne, die nicht Souls heißen, aber von FromSoft sind. Also wenn du die Geduld hast, dieses Kampfsystem dir anzueignen, damit du die... Ja, vielleicht irgendwann ähnlich gut sein wirst wie ich. Bin sehr gut in dem Spiel. Auf jeden Fall, ist ja ein geiles Spiel. Okay, also, dann... Ohne Angst, dass wir jetzt hier großartig versagen könnten... Würde ich vorschlagen, das Erste, was wir machen, ist holen uns hier das Item. Und dann... Oh, guck mal, hier geht es direkt runter. Das Item wollte mir wahrscheinlich nur sagen, dass ich hier auch runterspringen kann. Die Frage ist, wo komme ich da hin? Das weiß niemand, inklusive mir. Irgendwann habe ich bald auch wieder genug Steine, um mein Schwert upgraden zu können. Ich müsste auch mal wieder demnächst zum Schmied. Es gibt wieder hier so viele Richtungen, da geradeaus geht es auch noch weiter. Ist das etwa wieder ein Adler? Schaut euch das an. Johnny Adler. Ey, das ist aber ein Alpha-Adler. Okay, der hat so eine Falkenhaube. Der hat mehr ausgehalten, auf jeden Fall, als seine anderen Freunde. Der war special. Okay. Ah, hier ist auch richtig was los. Boah, hier muss man wirklich mit Bedacht... ...mit Bedacht vorgehen. Die sind härter, die Dinger. Die sind härter. So, okay. Hier ist glaube ich nur der Typ noch. Ach, der ist ja gar nicht... Der dreht sich ja gar nicht in die andere Seite. Boah. Goldene Rune. Wo geht es hier wieder rein? Oh. Oh, wer bist du? Okay. Oh, wer bist du denn? Hi. Hi. Okay. Well, who do we have here? Tarnished, are you? Clearly not one of Godric's lot. I am Nefeli Lu. Tarnished and warrior, like you. Okay, wollen wir Freunde sein? Ja, wirklich wahr. Ja. Okay, wollen wir Freunde sein und zusammen losgehen? If you intend to challenge Godric, I ask you call upon me. The winds run foul with his deeds. I am certain father would permit me aid the fight. Okay, will ich jetzt nichts gegen eins wenden? Apologies. But I've idled long enough. As fellow tarnished, we must each follow our own guidance. Down whatever road takes us to the throne of Eldenlord. Mhm. Apologies. Okay. Also ja, wir wollen ja alle irgendwie auf den Thron, ne? Alle Tarnisheden sind ja so Anwärter. Ja, okay. Auf den Thron. Da hat jemand ein Schriftstück platziert. Interessiert mich aber nicht, da steht immer noch Quatsch. Und noch ein Smithing Stone. Also ich könnte demnächst wirklich mal wieder zum Schmied und gucken, was ich upgraden kann. Ich bin ja mit dem Katana ganz zufrieden. Es gibt sicherlich aber auch früher oder später noch bessere Waffen. Besser weiß ich nicht unbedingt ehrlich gesagt, aber zumindest... Welche mit interessanten Eigenschaften dieses... Auszuprobieren wert sind Golden Seed. Da, da kann ich doch meine Flaske besser machen. Ich glaube übrigens, ich habe noch ein, zwei Bäume vielleicht noch gar nicht so richtig abgeerntet. Was ist das? Was ist das? Tyrionist Lily. Damit kann ich Giftpfeile machen oder was war das? Oia Baluga! Hey Buddy! Hey Buddy! Was bewachst du denn da? Das ist ja riesig, dieses Schloss. Noch mal Smithing Stone. Bähm! So, wir müssen den natürlich hier rausholen, weil ich hab keinen Bock, dass die da mitkämpfen, wenn ich gegen den Riesen antrete Deswegen machen wir das jetzt so Oder bist du ein Freund? Bist du ein Freund oder bist du ein Schwein? Okay, du bist kein Freund Boah, ich komm nicht mehr weg Habt ihr gesehen, wie ich da festhing? Das hat mir nicht gut gefallen Ich immer einen Schlag zu viel außer dem Trigger Oh, ja Jetzt ist aber jemand sauer Ey Naa, das war so unnötig dumm Och Gott Unnötig dumm Och, das ist ärgerlich Ich hasse meine eigene Hochnäsigkeit so sehr Ach Gott Das war unnötig Den hatten wir doch eigentlich schon unter Kontrolle Ei, 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 ei Ah, ich hab mich voll vergessen ehrlich gesagt Mushroom Mushroom Auwa Ja, Entschuldigung Ey Sorry, aber du hast damit angefangen Er hält sich die Hände zu Äh, die Arme Äh, die Augen Okay Okay Was? Entschuldigung, das ist doch Quatsch. Es ist einfach so unnötig. Diese Ungeduld. Es ist so unnötig. Hm. Das ist einfach Quatsch gewesen. Unglaublich. Malala. Oh, falsche Richtung. Entschuldige bitte erstmal hier. Wobei den anderen Typ, da kann ich mir auch nochmal bei Gelegenheit vorknöpfen. Gut, ist ja nicht so weit der Weg zum Glück. Den Typ vergesse ich immer, weil der steht hier auch echt einfach so im Dunkeln rum. So. Und du jetzt? Hat er mich schon gesehen? Ne. Noch nicht. Aber ich glaube, er ahnt schon was. Ich habe das Gefühl, er hat schon ungefähr eine Vorstellung. Ich habe das Gefühl, but dann Malerköpfen. Ah! So, so, so. Ja, da war ich echt eben zweimal unkonzentriert. Unnötig, unnötig. Smoldering Butterfly. Achso, und meine alten Dinger, die hätte ich... Hätte ich die vorne überhaupt eingesammelt? Aber ich hatte eh nicht viel. Gut, dann schauen wir da jetzt mal rein. Was ist jetzt hier zu finden? Oh, hier ist doch... Hört ihr das? Hier ist doch so ein Roll-Daddy. Hier drin. Irgendwo. Oh Gott. Ist das ein Endboss? Ja. Oh, geil. Hier ist sogar so ein Dings. Ah, ja, klasse. Also das ist... Das ist definitiv ein Endboss. Vielleicht ist es sogar DER Endboss. Das kann man unmöglich sagen. Ist das ein... Eine Falle? Ich renne einfach rein. Ich habe ja gerade... Bleib stehen. Käfer. Nein. Nein, Käfer. Nicht sich in die Fässer bewegen. Ey, du bist doch ein Freund? Alter, wie ich mich nicht abwählen kann. Also bist du nicht ein Kumpel? Oder bist du einfach nur... Hallo? Du lebst ja noch. Oh. Okay, alles klar. Oh. 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 Ey, 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 ey. Was war das? Aber das... Wie jetzt? Da ist noch ein kleinerer drin. Das war jetzt aber nicht der gute Freund, den ich da getroffen hatte. Hoffe ich doch. Hoffe ich doch. Hoffe ich doch. Weil das war ja gemein. What? Wie viel Leben habt ihr denn, ey? Okay. Wenn ihr nichts macht, mache ich auch nichts. Ich lasse euch in Ruhe. Aber ihr müsst mich dann auch in Ruhe lassen. Das ist nur fair. Ja. Cracket Pot. Achso, warte mal, warte mal. Da kann man ja irgendwas mit herstellen. Mit so einem Pot. Da geht es auch wieder... Wie riesig ist diese Burg. Aha. Was haben wir hier? Ein Fahrstuhl. Welcher Fahrstuhl ist das? Das ist der, bei dem wir schon waren. Halte ich durchaus für möglich. Aber wieso gibt es denn hier keine... ...keine Winde? Also, warum kann ich hier nicht den hoch holen? Hm. Finde ich ja nicht so gut. Doch, da! Können wir doch mal gucken, wo der hinführt. Ob das da ist, wo wir schon waren. Ja, genau. Bei dem Feuerchen waren wir ja schon. Jojo. Wie viel Dings haben wir? 2875. Also ein kleiner Shortcut. Wollen wir jetzt aber nicht rasten. Aber ansonsten ist ja nichts, ne? Nur dieser... ...Verbindungsgang zu dem anderen Feuer. Jojojo. Da sind diese Typen. Da geht noch irgendwas. Hier ist auch irgendwas... ...durchgebrochen. Irgendwas... ...großes. ... 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 Kaufen bei diesem einen Typ fällt mir gerade auf. Ich könnte mir da irgendeinen Katana kaufen wahrscheinlich. Obwohl, ah, hab die für Katana, weiß ich nicht mehr. Aber so, hier unser Schwert. Hier, guck mal. Wo steht, achso, es kostet mich vier Smithing Stones. Ja, das machen wir natürlich. So, damit ist unser Uchi hier mal locker auf fünf. Oh, jetzt brauchen wir nur noch einen Smithing Stone. Dann können wir direkt die nächste Kategorie machen. Schade, da fehlt uns nur noch einer. Den Bow, was kostet der? Achso, das ist die andere Kategorie. Das können wir eigentlich auch mal machen. Den mal ein bisschen aufwerten. Wieso eigentlich nicht. Wir nutzen ja durchaus häufiger mal den Bow. Okay. Haben wir den Bow auch schon auf drei, oder nee, auf zwei und den haben das Uchi auf fünf. Okay, noch einen und dann können wir das auch machen. Das ist doch sehr, sehr gut. Ash of War Duplication. Ah. Nee, brauchen wir nicht. Also, äh. Ja, ist doch klasse. Dann. Warte mal, haben wir eigentlich Oh, ich dachte, wir hätten irgendwas gefunden. Haben wir nicht? Ich dachte, wir hätten was gefunden. Naja, also weiter. Hier, guckt euch das an, wie viele Flask, secluded cell. Nils, wie geht's dem goldenen Reiter? Ich hab keine Ahnung. Ach, Maxim, du bist ja da. Ich lese nur vor und ich lese gar nicht, wer das ist. Das ist ja Maxim. Hey, schön, dass du da bist. Ähm, ja, Maxim, dem goldenen Reiter geht's prächtig. Wir haben ihn natürlich, ähm, wir sind so lange gegen ihn angebrandet, bis er irgendwann gesagt hat, so, ey, kein Bock mehr drauf. Ich stelle mich freiwillig in deinen Stall und esse jetzt Hafer. Weil es nervt einfach nur noch. Und dann hab ich ihm, ähm, Platz in meinem Stall gegeben und der bekommt jetzt, wird immer gestriegelt und der, ja, seitdem ist er weg. Ne, Maxim, ich hab wirklich fünf Stunden oder so diesen, ähm, Kampf dann auch durchgezogen. Und irgendwann hatten wir ihn dann. Aber ich muss sagen, zwischendurch, es gibt, ist ja bei Boss, aber bei mir ist es manchmal so, bei Bossen. Man entschlüsselt ihn immer, man kommt immer weiter rein. Und wenn man ihn dann ein, wenn man fast hatte und so, und dann fällt man in ein Loch. Und wenn man dann nicht direkt wieder hochkommt, dann fällt man immer tiefer. Man wird immer unkonzentrierter, immer müder im Kopf. Und kriegt nur noch aufs Maul. Und eigentlich müsste es besser werden, aber es wird immer schlimmer und schlimmer. Und dann so irgendwann nach fünf Stunden hatte ich aber wieder so ein bisschen die Kurve gekriegt. Und dann haben wir ihn irgendwann auch gemacht. Aber das war tatsächlich ein sehr langer Abend. Und du hast ein Stück weit die Verantwortung dafür, Maxim, weil so sehr ich mich über deinen Raid gefreut habe, du hast uns natürlich diese Challenge dann auch eingebrockt. Und die habe ich natürlich direkt ernst genommen. Und dann konnte ich einfach auch nicht mehr. Ich konnte dann nicht einfach abhauen und sagen, ich level noch ein bisschen oder ich mache irgendwas anderes. Die Option gab es für mich nicht mehr. Ich musste ihn dann machen. Das hat meine Ehre diktiert. Jo, kenne ich, sagt Maxim. Mich hat der Schmelzritter fast gebrochen. Ich kenne seine Gefühlslage. Ja. Warte mal, Schmelzritter? War das aus Dark Souls 2? Oder gibt es den in mehreren Dark Souls 2? Aber in Dark Souls 2 gab es auf jeden Fall einen Schmelzritter, meine ich. Das ist ein anderer. Wieso bist du eigentlich nicht im Bett? Es ist schon 10 nach 10. Ist das nicht deine Zeit? Kriegst du nicht eigentlich normalerweise um die Zeit auch pennen? Ne, in Elden Ring, in einem von den Gefängnissen. Ah, okay. Da gibt es noch einen. Jo, bin im Bett, sagt Maxim. Sogar nackt. Ja, das ist natürlich sehr verlockend. Ich könnte mich natürlich jetzt dem Kleidungsstil auch anpassen. Aber das letzte Mal, als ich nackt war, bin ich bei Dark Souls gestorben. Und das habe ich nicht so gut in Erinnerung. Deswegen bleibe ich jetzt mal lieber angezogen. Ryan Van Hinten muss ins Bett. Vielen Dank für's so sehr. Gute Nacht, Ryan. Ja, das ist ja lustig. Hast du heute auch gezockt, Maxim? Hast du gestreamt vorhin? Habe ich gar nicht darauf geachtet. Wahrscheinlich heute Morgen. Obwohl, nicht. Am Wochenende. Ja, komplett Sucht. Ja. Es ist auch geil. Also ich meine, es macht auch echt Spaß, das Spiel. Es ist wirklich gut. Mir tut es ein bisschen leid für die ganzen Zuschauer da draußen, die jetzt einfach nur noch Elden Ring bekommen. Ich gucke ja gerade, du spielst Elden Ring, Pete Smith, Bonjoa, Simon, Eddie, Toro, Chaggis. Also jeder irgendwie spielt Elden Ring. Die Auswahl ist nicht mehr ganz so groß für euch da draußen, wenn ihr das nicht mögt, das Spiel. Aber true, aber jeder zockt anders und dann ist es wieder geil. Ja, finde ich auch. Ich meine, nur grundsätzlich muss man irgendwie ein bisschen Bock haben auf Elden Ring zum ersten und zum zweiten, um sich das auch bei Leuten anzuschauen. habe zehn Streamer und zehn Waffen. Ah ja. Ich spiele immer noch mit meiner Startwaffe, das ist Uchi Katana. Nasenfrost sagt, habe heute den gesamten Tag Elden Ring gespielt. Seit zwei Stunden versuche ich wieder menschlich zu werden und da hilft so ein Elden Ring Stream sehr. Okay, das heißt, du hast erst selbst gezockt und schaust jetzt noch mal zum Runterkommen bei mir zu. Ich will gar nichts anderes mehr sehen, sagt Matt Iverson. Elden Ring hat mehr Zuschauer als Just Chatting. Das ist schon heftig. Okay, ich bin noch nicht so deep im Twitch-Game, dass ich immer genau weiß, welche Kategorie am besten funktioniert, aber offensichtlich ist es erstaunlich, weil Just Chatting, klar, wenn Leute einfach nur quatschen, ist es wahrscheinlich die Standard-Kategorie und dann wird das immer die größte sein. Ja, alle spielen Elden Ring. Und ich glaube, viele spielen es auch wirklich, weil es Bock macht. Also ich glaube nicht, dass das alle für die Quote spielen, weil eben gerade dadurch, dass das alle spielen, ist jetzt wahrscheinlich die Quote auch jetzt nicht das, was es am Ende ausmacht, sondern die eigene Lust an dem Spiel. Also ich fand es auch nice, sagt Maxim, wenn man stuckt ist, einfach das Gebiet zu wechseln und zu erkunden, konnten die anderen Teile nicht so gut. Ja, genau das ist es. Diese offene Welt, ich fühle mich total frei in meinen Entscheidungen, bei allen Souls-Titeln war es bisher so, dass es dann doch relativ schlauchig war. Es gab ab und zu natürlich mal so ein, zwei Alternativen, aber im Grunde wusste das Spiel schon, wo es einen haben will. Und dann war es auch oft so, dass irgendein Boss war dann so ein Propfen und du wusstest genau, okay, ich muss den jetzt machen, weil alle anderen Wege sind verschlossen. Und das hat einen dann auch ein bisschen abgeturnt. Und hier ist es wirklich so, wenn man merkt, okay, ich bin ein bisschen unterlevelt, dann reitet man woanders hin oder wenn ich sage, ich habe keinen Bock mehr, jetzt in diesem Burggewölbe mich da seit 20 Stunden herumzuschleichen. Dann gehe ich nochmal mit meinem Pferdchen irgendwie in die Prärie und gucke, was es da noch so zu finden gibt und dies entdecken. Das finde ich auch echt cool. Bin an Sturmwindschloss vorbei gerannt und bin jetzt im nächsten Gebiet, sagt Wassertropferl. Ja, wieso nicht, wenn es geht? Geht doch. Und man kann so weit herumreiten, sagt Space Robo. Ja, das werde ich alles noch ausprobieren. Und ich finde es einfach auch toll, dass das Spiel das hält, was man sich davon versprochen hat. Natürlich war der Hype riesig und es ist immer schwierig, diesem Hype dann auch gerecht zu werden. Und bislang finde ich das absolut eingehalten, das Versprechen. Das macht einfach echt Laune. Ab zum Selberzocken auch nicht so viel Bock, sagt Geser, aber ist eine tolle Unterhaltung beim Stricken, ja. Schöne Kombination. Der Boss im Schloss kann man sich aber geben. Wirst dich freuen, ihn zu legen. Ja, Maxim, ich habe keine Ahnung, was mich da erwartet. Aber ich bin ja, also ich bin jetzt natürlich durch diese fünf Stunden mit dem Reiter auch irgendwie ein Stück wahnsinnig, ein Stück vielleicht auch schon Mürbe vielleicht auch von so einem ewig dauernden Bosskampf. Aber es ist immer wieder eine große Freude, wenn die dann am Ende liegen. Und weißt du was, Maxim, ich bin mir, eigentlich hatte ich bei allen Souls-Spielen immer die, lustig, Maxime, kein, also mit niemandem zusammen. Keinen menschlichen Mitspieler und auch keine NPC, sondern ich habe mir immer gesagt, so ey, ich will den alleine legen und auch im Nahkampf, ohne zu cheesen, das war immer so die Herausforderung, weil dann habe ich den Boss ja wirklich besiegt. Und ich frage mich die ganze Zeit, weil man kann jetzt ja hier bei den Bossen diese Spirits summon, ob das schon so eine, also es ist ja eigentlich so ein halbes Summon, das ist ja nicht so, dass man sich ein NPC summont, aber das sind ja schon auch Companions, die optional sind und die auch einem sehr helfen und den Bosskampf einfacher machen. Und ich frage mich, ob meine Würde dadurch ein bisschen sich angekratzt fühlen soll, meine Ehre, dass ich die bei einem Boss gesummelt habe. Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich damit umgehen soll. Kannst du kurz die Map aufrufen, damit man einen ungefähren Eindruck bekommt, wie weit du bist? Ja, selbstverständlich mache ich das. Schau, so sieht die Map aus. Wir sind gestartet, hier meine ich, ist das Startgebiet Stranded Graveyard, da kommt man raus und dann bin ich einfach mal so rumgeritten. Also einmal bin ich hier nach Nordosten, da haben wir so einen Friedhof gecleared, der so unter Wasser stand, so einen Sumpf und da habe ich einen Hinweis bekommen von dem Typen, der später auch in diesem Haupt-Hub zu finden ist, der mit dieser Rüstung, mit der Frau drauf und der hat mich hier hingeschickt, da war ich noch nicht, das werde ich auch als nächstes machen. Da bin ich irgendwann in den Süden geritten, da habe ich hier eine Holde Maid getroffen bei der Bridge of Sacrifice, eine blinde Holde Maid, die hat mir gesagt, so hey, mein Vater ist noch im Süden in so einer Burg, die angegriffen wird, kannst du dem sagen, er soll mal kommen, hier ist ein Brief? Dann reite ich ganz, ganz in den Süden rein, komme an diese Burg an, hier, Castle of Morn und finde nach ewigem Suchen ihren Vater, irgendwo auf der letzten Zinne da, die ich fast übersehen hätte, gebe ihm den Brief und er sagt, ja, ich habe ja noch zu tun, aber wenn ich hier fertig bin, dann werde ich für immer mit meiner Tochter sein, ich liebe sie über alles. Kannst du, ja, kannst du Bescheid sagen? Ja, alles klar, ich reite zurück, reite zurück, reite zurück, reite zurück, reite zurück zu der Holden Maid in der Bridge of Sacrifice stellt sich raus und in der Zwischenzeit wurde sie überfallen und ermordet, nur noch ihr toter Körper liegt da rum, neben einer riesigen blutverschmierten Axt. Ich wieder scheiße, ey. Jetzt muss ich das ihrem Vater sagen, reite zurück, reite zurück, beziehungsweise ich habe Schnellreise gemacht, laufe da wieder über die ganzen Zin bis zu ihm und dann gibt es die Gesprächsoption aber nicht. Ich darf ihm nicht davon erzählen, dass seine Tochter tot ist. Naja, jedenfalls, das war traurig, also es war eine ziemlich lange, ja, so lange weiß ich nicht, aber schon eine ordentliche Mission, nicht nur gefunden, aber weil die Haldemater saßt. Das ist, glaube ich, komplett optional, muss man nicht machen. Und ihr seht, also da ist noch richtig, richtig viel. Ich weiß überhaupt nicht, ob das schon der größte Kartenausschnitt ist. Wahrscheinlich werde ich dann, wenn ich hier da irgendwie diese Wege lang greite, dann einfach auch noch mehr aufdecken können. Ja, und dann bin ich hier einfach nur so rumgeritten und habe geguckt, was so passiert und jetzt bin ich halt in dieser Riesenburg, die ist echt groß. Spirit sind lustig, mein Char ist auch giga hohl. Ich habe also nur Wölfe und die sterben immer in Area of Effect, aber man fühlt sich nicht so alleine. Ja, das stimmt. Aber ich finde, die sind auch eine Hilfe. Ich hatte einen so einen Boss, den hast du wahrscheinlich auch schon gemacht, weil du vermutlich viel weiter bist als ich. Dann wirst du den auch kennen. Der war in irgendeinem Schloss recht zu Anfang. War das bei... Ne, wo war das? Welches war das? Gatefront? Ich weiß nicht mehr genau. Hier oder da, ne? Stormgate war das, glaube ich. Ich glaube, das war der Boss bei Stormgate. Also da haben die schon geholfen, die Dinger, weil die ihn echt immer abgelenkt haben. Und einmal habe ich die auch gesummelt auf so einer... Oder war das sogar hier ganz im Süden? Da unten. Da gibt es auch so einen Boss. Da habe ich die auch gesummelt. Also die helfen schon, weil die den dann auch teilweise daran hindern, dass sie einfach sich die ganze Zeit in atemberaubender Geschwindigkeit auf einen stürzen und man nicht mal sich heilen kann. Also ich fand die schon ziemlich hilfreich, die Typen. Diese Wölfe. Big Fudge Online klettert auch gerade wie ich durch dieses Schloss hier, ja. Schämen muss man sich auch nicht, sagt Maxim. Ist eine solide Game-Mechanik. Ja, die ist ja auch irgendwie inkludiert. Vermutlich haben sie ja auch die Qualität der Bosse dementsprechend angepasst an diesen Zauber, dass es den jetzt hier gibt. Und man kann ja auch zusätzlich noch NPCs summon, so wie mir scheint. Denn ich glaube, ich habe da eben so ein Summon-Sign. Oder beziehungsweise vielleicht ist das sogar ein menschlicher Spieler, den ich summon kann. Also die Option gibt es ja auch immer noch. Wenn man die Geister auflevelt, sind die auch nicht ohne. Ich wusste nicht mal, dass man die aufleveln kann. So weit bin ich noch gar nicht. Ja, und was auch ganz lustig ist, es gibt sehr reduzierten Falling-Damage. Also man muss da nicht so aufpassen. Bei Dark Souls wäre man hier schon 25 Mal gestorben. Bei diesen ganzen großen Höhenunterschieden und Klippen und so. Alles ein bisschen, man ist sehr viel mobiler. Koop hat mir auch riesen Spaß gemacht. Hatte ja ein bis zwei Momente mit Simon und es hat sich mega gut angefühlt. Stimmt, du warst ja auf diesem richtig coolen Elden Ring Event zusammen mit Simon. Ihr wart ja die deutschen Vertreter. Ich habe gar nicht so viel davon gesehen. aber Koop möchte ich auch irgendwann mal ausprobieren. Jetzt nicht so sehr einen Boss, weil ich ihn allein nicht schaffe oder so, aber einfach mit jemandem zusammen oder einer Gruppe zusammen einfach rumzureiten oder einfach durch die Welt zu streifen oder so. Oder andere zu invaden. So was. Ich zocke auf PS5 genau und ich finde es auch sehr flüssig. Also ich habe bisher eigentlich gar keine Probleme. Keine Bugs. Es fühlt sich wunderbar an. Und du? Zockst du PC oder zockst du auf PS5? Du bist wahrscheinlich eher ein PC-Typ mit deinen ganzen Strategiespielen immer. Man weiß, dass die Tochter tot ist, man darf es ihm aber nicht sagen. Ja, exakt so war es. CX, Lanico. Das fand ich ein bisschen schade. Normalerweise hat man bei so Souls-Spielen dann auch die Option, willst du es ihm sagen oder willst du es ihm nicht sagen. Hab beides und der Rechner hatte schon gute Drops. Ach, tatsächlich auf PC? Ah, interessant. Ja, ich fand es hier eigentlich bislang echt gut. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, vielleicht, ich bin nämlich in der Nähe. Warte mal, bin ich hier schon? Ja, genau. Hier bin ich jetzt wieder zurückgegangen. Da bin ich wieder zurückgegangen. Wie viel Kohle habe ich? 1800. Hier ist gleich irgendwo, oh nee, nicht da, sondern hier ist gleich, da, genau, hier ist der Boss. Ich weiß gar nicht, ob das schon der letzte Boss ist, hier in diesen Räumlichkeiten. Aber den werden wir auf jeden Fall gleich nochmal angucken. Rein, meinst du? Rein da. Ich hab noch, weißt du was, ich mach mir ein Level fertig und dann geh ich da rein. Bevor ich jetzt hier ständig wieder immer, ich hasse das so beim Boss, wenn das erste, was man machen muss, in dem Bossraum immer zu den eigenen Seelen laufen und die erstmal noch safen, damit man nicht stirbt, bevor man die eingesammelt hat. Deswegen werde ich jetzt mal noch ein paar Sachen snacken. Ich glaube, ich brauch, oh okay, das ist mega dumm. Ich brauch 3000. 3000 Seelen. für den Level ab und noch irgendwie ein paar zerquetschte. Aber ich glaube tatsächlich, dass, warte mal. Die geben ja 200 und die geben 400. Ach doch, das dürfte eigentlich kein Problem sein. Das kriegen wir hin. Was hab ich jetzt gesagt? Ah, 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 machen wir auch mal so. was hab ich da 4,8, ne? Was gibt das Ding noch mal? 2,8, okay. Gut. Ah. Nein. Falsche Tasse. So, da sind die Seelensicherheit gebracht. Und wir haben noch ein Level ab. So, was hab ich jetzt gesagt? Aber ich glaube, original, mir fehlen irgendwie 10 Seelen. aber, pass auf. Äh, wir machen das mal eben schnell so. Ah, der droppt sogar noch was. Da müssen wir jetzt nicht noch so ein Seelen-Check essen. Ich hab ja noch diese 400 da. So, holen wir uns noch ein Level. Und, äh, machen wir mal. Oh, Simon! Hey! Hey, die Simons sind da. Hallo, liebe Simon-Leute. Schön, dass ihr da seid. Ihr habt gerade mit Simon, hab ich gesehen, Elden Ring gespielt. Das war ja auch schwer zu erraten. Selbst wenn ich's nicht gesehen hätte, hätte ich das natürlich gewusst. Schön, dass ihr da seid. Wir spielen auch ein bisschen Elden Ring. Wie ihr seht, Maxim ist im Chat. Ich weiß gar nicht, ob er noch da ist. Ich glaub, ja. Äh, Simon ist auch im Chat. Ich hab Simon und Maxime, äh, im Chat. Die zwei der größten Streamer-Personal. Persönlichkeiten Deutschlands im Chat bei uns. Das ist natürlich eine richtig hochwertige Versammlung. Und ihr werdet gleich Zeuge werden. Maxim hat mir gestern, ja, nee, wann war das? Vorgestern eine Challenge schon aufgedrückt, als ihr gesagt habt, ich muss hier gegen dieses Pony da mit dem Reiter kämpfen. Das Goldene. Ihr erinnert euch vielleicht an diese Session. Und, äh, Maxim liebt schon im Bett und wird gleich schlafen. Und Simon kommt von seinem Raid. Mal gucken, wie lange ihr noch bleibt. Aber ich glaube, ihr bleibt zumindest noch so lange, wie ich jetzt zum ersten Mal durch dieses Nebeltor schreite und mir mal diesen Boss angucke, der in dieser riesigen Burg wohnt. Keine Ahnung, wer da wohnt, was der macht und wie lange ich leben werde. Aber ich probiere es jetzt einfach. Rein da. Okay. Guck mal, genau, da kann man summon, oder? Ja. Ach, das ist die Dame, genau. Ja, wir machen das erstmal ein. Oh, ist das dieser? Das ist ja schon der Hauptboss dann. Ach, du Scheiße. Ist das der auf dem Gemälde? Nee. Oder doch? Das ist doch die Axt. Der hat sechs Finger? Also, da war ja dieses prächtige Gemälde und der hat auch mehrere Arme von diesem Ritter mit dem Löwen. Ich glaube, der ist das. Oh, sieht der scheiße aus. Oh Gott. Dazu zählt das Pferd, nehme ich an. Das Pferd habe ich getötet. Okay, ähm. Mach mal einfach. Ich weiß überhaupt nicht, was der kann. Hey, ich gucke einfach mal hier. Ich gucke mich, guck mal an. Okay, verzögert. Okay. Merke, der pupst. Okay, okay. Das ist das Area of Effect. Ja, natürlich. Ja, okay. Na, komm her, Baby. Okay. Sehr wütend, sehr wütend. Oh, warte. Ja, er ist wütend. Äh, ja, ich hänge hier fest. Okay. Ja, hau mich weg. Ja, und. Ah, nochmal. Okay, da sollte ich vielleicht einfach an ihm dranbleiben und nicht weglaufen. Okay, der ist brutal. Der ist stark. Er ist schnell. Aber das bedeutet ja nicht, dass wir ihn nicht noch heute Abend legen können. sah aber schon gut aus. Danke, Maxim. Sehr nett. Sehr nett. Ich hole mal die Homies dazu. So, komm, Rainer. Ich bin, ich, weißt du was, ich dominiere den Kampf. Ich dominiere den Kampf. Komm her. Au, ey, das ist scheiße. Da bin ich, ja, da, das, da bin ich total dagegen. Oh, was machst du jetzt? Okay, irgend so ein Pupsding. Okay, gerade. So viel zum Thema. Okay, dann nur wir beide halt. Ist auch egal. Okay. Okay. Come here, baby. Hey, das ist doch scheiße mit deinem Wirbelwind immer. Ja, natürlich machst du das. Okay. Oh, Junge. Oh, das ist scheiße. Oh, den zweiten habe ich nicht mehr ausweichen können. Ey, 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 ey. Okay, jetzt. Ah, ey, ey, ey. Ey, 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 ey. Okay. Okay. Okay, der ist ganz lustig. Der ist schnell. Trickreich. Und hat vermutlich eine zweite Phase. Ja, aber der ist ganz lustig. Ich kann mir vorstellen, braucht man ein bisschen. Ich glaube, ich werde diesmal nicht direkt zu Beginn die... Ich glaube an dich, Nils, sagt Simon. Dankeschön, Simon. Ich glaube, ich werde nicht direkt zu Beginn die Wirbeler nerven, da man einfach Abstand braucht. So ist es. Äh, die Wölfe Summon, weil die kann ich auch später noch holen. Spring, meinst du auch? Ja. Zweite Phase ist richtig geil. Es gibt noch eine zweite Phase. Was? Warum? Ja, ich gehe direkt wieder rein. So. Diesmal ohne Hundimänner. Und direkt, ich haue jetzt einfach mal. Ich gehe jetzt mal in den Fight. Meine Seelen können da ruhig liegen bleiben. Ich gehe jetzt mal in den Fight. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh, ei, 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 ei. Okay. Ah, ich bin... Ah, ich bin... Ah, ich bin... Not even to craft. Nee, da muss ich einfach dranbleiben. Der einzige Moment, wo man abhaut, ist, wenn du völlig unberechtbar seine 20 Move machst und wenn er diesen Wirbler macht, diesen Area of Effect Stomper und so. Aber ansonsten... Weißt du, ich bin... Ich gehe da rein. Ich gehe da rein zu ihm. Ich bin sein Tod und nicht andersrum. Man darf nicht zu viel Schiss haben. Wisst ihr? So, komm her. Okay. Scheiße. Ich gehe da rein. Ich gehe da rein. Ich gehe da rein. Ja, das war nice. Oh, der zweite. Alter. Wo kommt der denn jetzt noch mal her? Aber wo kam der denn her? Zu früh gerollt. Der hat ein paar fiese Verzögerungen. Okay, das war dumm. Das war nicht gut. Da bin ich zu früh. Den hält er so lange oben. Man will rollen, man will rollen, man will rollen, man will rollen. Und er wartet, er wartet. Und wenn man rollt, BAM! Schweinegesicht. Einziger sinnvoller Summon ist der Rentner, der von weitem schießt. Den habe ich nicht. So was gibt's. Aber du hast recht. Diese Area of Effect Dinger bringen gar nichts. Ich weiß gar nicht, was habe ich denn überhaupt für... Ich habe ja noch einen freien Slot. Was habe ich denn noch für... Die Dinger und der... Was macht der eigentlich noch mal? Spoo Po... Ja, ja, der... Okay, Spitted Poison hier. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Vielleicht ist der sogar besser als die Wölfe. Wenn der ein bisschen auf Distanz geht... Wir werden sehen. Okay. Komm her. Ich ruf den mal. Hallo? Hey. Ja, muss der mal. Okay, shit. Ey, 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 ey. Lass meine... Ey. Ey, 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 ey. Tschüss, ey, ey. Warum? Das nehme ich dir übel. Dass du meine Qualle platt gemacht hast, nehme ich dir übel. Jetzt haben wir Beef miteinander. Okay, ich roll exakt in diese eine Sekunde. In der man nicht rollen darf. Weil er dann nicht... Mein Timing hier ist nicht gut gerade. Okay, ich ruf. Okay, wir ruf. Okay, letzter Tanz. Da, ich roll immer in die selben Move rein. Okay, ich mach immer den selben Fehler, dass ich in seine Axt reinroll und ich frag mich, ob ich einfach zu panisch bin oder ob der wirklich wartet, bis ich rolle, um dann zu schlagen. Das ist natürlich richtig perfide. Macht solide Thrift Damage. Die Qual ist aber echt gut, die ist die einzige, die ein bisschen aus der Entfernung was macht. Ich hab meine Steuerung übrigens umgestellt, weil ich immer auf den Analogstick so doll drücke, dass ich jedes Mal dadurch aus Versehen... Ja. Ah. Fall ich in den rein oder was? Ja exakt, das meine ich, wie ich immer in die Axt reinrolle. Wieso mach ich das? Das macht doch gar keinen Sinn. Bleib hier, du willst nicht zu ihm gehen. Oh Mann. Nein! Mein... Quallengelöt. Das gibt Rache! Der ist so schnell. Und das ist so schnell. Oh Mann, 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 Mann. Gut, gut. Aber der macht Spaß. Irgendwie ist der gut. Und das beste ist, und das liebe ich an Elden Ring, die Strecke zum Boss ist so wunderbar kurz. Bei anderen Souls Titeln muss man teilweise so lange laufen, um zum Boss zu kommen. Und wenn man dann das zehnte Mal dahin läuft, ist das einfach mega nervig. Das macht den Bosskampf so zu so einer unliebsamen Erfahrung. Weil es ja auch einfach nicht nötig ist. Der Boss alleine ist ja schon Herausforderung genug. So, okay, komm, jetzt... Du lässt mal meine Qualle da in Ruhe und ich hau dich um, okay? Okay. Zu früh. Lass die Qualle in Ruhe. Nein! Die Qualle bleibt! Oh nein, ey, die arme Qualle! Ja, genau. Erst die Qualle und dann mich, oder was? Nein, die Qualle lebt aber noch. Das ist hervorragend. Das sind die guten Nachrichten. Die Qualle bleibt. Nein, zu spät! Oh, hat der Homing? Ah, okay. Na gut. Die Qualle ist doch nicht sinnlos. Die Qualle ist super. Allein, weil sie wunderschön ist. Der Boss ist aber auch ein aufgeschreckter Tu-Nicht-Gut, sagt Nasenfrost. Absolut richtig. Kannst du die Waffe buffen? Ja, ich kann die mit Feuer entzünden, aber das bringt mir zu diesem Zeitpunkt des Boss-Fights nichts, weil ich ihn ja nicht mal in die zweite Phase, wenn er eine hat, bekomme. Das wäre Verschwendung. Ich bin Fan von der Qualle. Hat eine gute Qualität. So, komm jetzt. Guck mal hier, wie sie ihn einfach anrotzt. Und er mag das gar nicht leiden. Er ist nämlich so ein... Ich kann die Waffe, wie sie ihn schon haben. Und er ist ja nicht so ein... Halt ein, und er solltest du dich soundsamben. Ja, wie man's macht, ne? Da hab ich jetzt zu lange gewartet. Nein, lass Quali in Ruhe! Lass Quali leben! Oh, das ist der letzte, ne? Ohhhhh Los, komm her, Baby! Quali! Nooooo! Nooooo! das war so klar ich glaube ich bin vielleicht ein bisschen zu gierig ich sollte die momente in denen ich in den fight besser dosieren also wenn er da irgendwie seinen wirbel kram macht ich kann ja einfach machen lassen muss mich ja gar nicht interessieren soll doch machen und dann suche ich mir die attacken aus das habe ich beim goldenen reiter auch gemacht irgendwann ich glaube man muss einfach geduldig sein dieses vorhaben die ganze zeit an ihm dran zu kleben ist auch quatsch ich muss ihm einfach okay gebe ich ihm 12 und da diese wirbel so machen wir das so und geben ihm ein zwei und den rest gucke ich einfach nur was er macht sondern doch machen wir doch egal wir ja Aber zu früh. Ah, der letzte, der berühmte letzte bin ich immer zu spät dran. Ja. Ah, diese Verzögerung! Ah, ja, ja, okay. Also dieses, was ist das, Sechser-Attacke? Und ich grate da auch immer rein. Das Timing des letzten Schlages ist nicht gut. Der Boss ist halt ein Quäler. Der ist viel zu brutal, sagt hier bin ich EA. Ja, der ist natürlich wirklich sehr brutal. Nikola ist auch da, hallo Nikola. Mein Lieblingsboss bisher, sagt CX Lenico. Schaffst du schon, danke Maxim. Das ist nett. Ja, man muss sich auch ein bisschen die Zeit nehmen, die zu entschlüsseln. Irgendwann, finde ich, hat man oft bei Bossen so einen Punkt, wo man merkt, okay, das ist die Attacke, dann warte ich nur noch auf eine Attacke oder so und den Rest soll er mal machen, irgendwie. Ich hätte wenigstens nur einen Schlag gemacht. Zu früh, das Timing ist off. Du tötest Quali, du willst Quali töten, du Schwein. Such dir mal einen lieber in deiner Größe. Du tötest Quali. Der Bande! Nooo! never der ist ja genau in die rolle rein ja dumm von mir ungeduldig und gierig wütend immer der egal jetzt so komm her jetzt mir ist egal ich wehre mich jetzt kein bock mehr opfer zu sein da du arsch komm diese dinger sind echt diese die sind so angeschnibbelt diese luftkanäle das ist gar nicht so einfach wahrscheinlich muss natürlich im letzten augenblick ausweichen weil die sonst homing machen glaube ich wie bei vielen dingen im leben einfach ein bisschen geduldiger sein qualität vor quantität nach dem letzten wirbler sofort hin drin dann macht er die nicht so okay wir haben ja noch hier freunde los kam wir meinen job zu erledigen und dieser job ist das ist das ist du Eins, zwei, drei. Nein, ey, das ist ziemlich aber auch immer gemein. Ah, was ist der letzte Wirbler? Das ist die Frage, der da oder? Okay, den zweiten, kann man den auch wegrollen oder kann ich da springen? Ich probiere beim zweiten Mal das Springen gleich. Dann bleibe ich mal an ihm dran, vielleicht klappt das ja. Das hätte so Sekiro-Style. Arschgesicht. Drei, drei, vier, fünf, sechs. Bam, bam, Arsch. Da ist er wütend. Ich aber auch. Ich kann auch wütend sein. Ins Gesicht. Der hackt sich den Arm ab. Warum machst du das? Das ist sehr ekelhaft. Das ist der wahrsten Drachen. Das ist der wahrsten Drachen. Lenn mir deine Kraft. Wow. wie jetzt jetzt hat er einen Drachen als arm der ist ja völlig wahnsinnig ja der voll natürlich können wir nochmal zurück in die Verhandlungsphase gehen natürlich machst du das weißt du was ich komme mal zu dir du nähst nein, 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 lauf doch, lauf doch, lauf doch das war ohne Töch okay, okay, das ist jetzt also Feuer, ja okay oh, dreimal, okay, dreimal jetzt, alles klar, mein Lieber das ist ja gar kein Problem juhu bam ins Gesicht, Arsch ich frage mich, ob man die irgendwie ob man im Nahkampf bleiben kann und dann so die erste wenn man bei der ersten Rolle nach vorne rollt und dann direkt hoch springt ob man dann das probiere ich einfach mal aus deine Waffe ist mega geil und schnell immer hit, hit, hit ich muss drei Anträge und neun Steuererklärungen machen ehe meine Axt angreift dein Katana ist insane fast, Maxim absolut richtig das ist sehr, sehr schnell macht auch Blutungsschaden hat natürlich nicht so den Damage Output, ne? muss man dazu sagen aber das ist nicht so schlimm ich spare mir mal meine Eule hier auf für später hey, buddy, so, komm, geht los jetzt ok, das war schnell ok, das war gefährlich Mist, ich hab zu wenig Flasks das wird schon wieder nix ja weißt du was, kein Bock drauf ich hau dich jetzt oh, ich wollte ah, das klappt ok, das ist geil zu wissen das merk ich mir wenn ich überlebe ah, ich muss kann mich nicht mehr rein ok, pass auf also zwei Sachen die ich jetzt mir überlegt hab wenn er diesen Stomper macht hau ich nicht ab sondern rolle in den Stomper rein und wenn er diesen Dreher macht dann muss ich wahrscheinlich was beim dritten Dreher auch in ihn reinrollen nehm ich an und ihm eine geben, oder? machen wir jetzt Faustkampf können wir auch machen wenn er lacht so lange wie es geht hauen das ist alles Time Waste für den Boy ja, ok was? du sollst einfach durchgehen was ist dein Problem? geh doch da durch so, komm wir probieren es nochmal wir beide miteinander finde ich gut zwei drei ah, ich kann nicht reinrollen, oder? ok, das Timing war off aber ich glaube die Idee ist nicht schlecht oh nein da hab ich nicht aufgepasst also entweder rollen oder springen müssen wir mal die Sekunden merken wenn er das Ding reinsteckt boom und dann sind es 21 21 boom und wieder raus wenn ich das Timing hab dann kann ich während er die Axt reinrammt am Mann bleiben zumindest in Phase 1 Phase 2 sind es dann drei Stomps ok, das funktioniert nicht wie ich mir das gedacht hatte ok Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, den check ich noch nicht, muss ich jetzt sagen Mann, immer zu spät Ah, war ja falsch geheilt Oh, dieser Homing-Schlag Aber einen gebe ich dir noch einfach, weil du ein Arsch bist Ahhhh Ja gut, wir kommen langsam hin Blutung geht rein Was, 400 Damage? Habe ich gar nicht drauf geachtet Weil er versucht ihm zu geben Ich muss sagen, ich habe das mit dem Drehen noch nicht so hundertprozentig gecheckt Ich finde es eigentlich ganz gut, wenn er so springt Weil dann ist er in der Luft Und dann muss ich nur richtig rollen Und dann kann ich ihm direkt geben Aber diese anderen Luftströme Ah, mein Timing ist so scheiße bei diesem Schlag Und bei dem auch Na gut Oh man, jedes Mal diese scheiß Attacke, ey Ja, okay Okay, das war gar nichts Egal, Mund abputzen Das Das kann mal passieren Jeder, der professionell, so wie ich, Elden Ring spielt Der weiß, dass es auch solche Momente mal gibt Die zählen dann einfach nicht Dann tut man so Als wenn das nie geschehen wäre So, komm jetzt hier, Homie Wohooo Wohooo Oh man, immer die Rückhand, ne Vielleicht doch keine gute Idee, im Infight zu bleiben Diesen Move habe ich gerade noch nicht so richtig geil Verinnerlicht So Okay, drei Und jetzt kommen die Dinger Ah Okay Mega dumm Okay, das ist ein weiterer Übungsrun Hm Hm 2, 3 Oh nein Also diese dumme Axt Und die sind Stomp Naja wir kommen da hin Wir kommen da hin Den zweiten kann man nicht abbrechen leider Durch harte Attacken Nein, 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 nein Ah ja Oh ja Mama Ah ja, das ist gut, okay Hey, 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 hey Alter, schwel! Okay, vielleicht hast du ein bisschen übertrieben, ehrlich gesagt! Schweinigesichtiges altes Vieh. Na gut. Ja, und wieder rein, gar kein Problem, nächster Versuch, lass ihn bluten, ja machen wir, ja, versprochen. Ja, und wieder rein. Okay, okay, da ist das Timing komplett weg gerade, das wird nix. Naja, okay, das müssen wir nochmal machen. Das ist gerade nix. Dann übe ich mal jetzt ein bisschen mit ihm hier. Zwei, drei, bam! Ne, ich komm nicht durch. Okay, beim zweiten vielleicht springen. Ich muss einfach an ihm dranbleiben beim zweiten springen. Ja, ich muss ihn natürlich, wenn ich ihn in die Blutung bekomme, ist das natürlich ganz gut. Gut. Aber das muss ich erstmal, da muss ich erstmal hinkommen. Okay. Das dumme Würbelwinsch-Kack-Ding hier. Boah, Alter, das war hart. Ja, okay. Dieser Wirbel. Na, da muss man einfach so schnell wie möglich raus, das ist, kann den nicht stoppen. Na egal. Egal, egal. Ja, erstmal richtig jubeln, das ist wichtig. Ihr meint Singen hilft? Nee. Okay. 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 Na, der letzte Schlag ey. Und die flache Rückhand kommt auch nochmal. Okay. Das hat auch nicht funktioniert. Zwei, drei und bäm, 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 bäm. Zu früh. Zu früh. Der Atoming. Der Atoming. Muss näher ran. Oh nein, das ist diese Situation. Ah, ich bin im Sprung befindlich. Okay, das war beeindruckend. Ich bin im Sprung befindlich. Und das ist immer das Schmerz. Oh nein, das ist nicht so. Oh nein, das ist besser. Oh nein, das ist besser. Und das ist besser. Aber ich auch. Ich war auch sauer. Zwei Leute waren sauer. Einer ist gestorben, einer lebt. Aber so ist das manchmal. Okay, Godfrey. Nächster Versuch. Wir sind ja da. Ja, absolut richtig. Beim Wirbel raus ist das besser. Probier mal beim Stomp zu springen. Genau, genau, genau. Bei jedem Stomp. Ja, ich wollte beim zweiten springen, aber vielleicht auch beim jeden. Ja, diese Rückhand. Oh, jetzt muss der Wirbel kommen, ja. Oh, da ist der Kunde. Der Grabstein. Ja, okay. Scheiße. Arschgesichtiges Schwein. Der Grabstein. Okay. Timing auf. Komplett auf, gerade. Okay. Ja. Es gibt so Versuche. Da ist ein Mal relativ schnell raus. So wie jetzt an dem Grabstein. Oh, da ist ein Mal relativ schnell raus. Oh, da ist ein Mal relativ schnell raus. Okay. Okay. Aber das klappt ganz gut. Den ersten rolle ich, den zweiten springe ich. Und dann gibt's auch die Nüsse. Ja, aber da war von vornherein das Timing schlecht. Da hat er mir wieder ein, zwei gegeben. Und das ist so, als wenn das dann versetzt ist. Als wenn man dann wirklich so eine halbe Sekunde versetzt existiert zu ihm und dann nix mehr funktioniert. Ja, okay. Da habe ich ein bisschen dumm rumgeflaxt. Jetzt zieht er nach oben die Axt. Alles klar. Alter, wieso kriegt er mich jetzt immer zu fassen noch? Okay. Das hat mir nicht gut gefallen. Eieieieieieieiei. Okay. Ich sollte nicht die Geduld verlieren. So, komm jetzt. So, komm jetzt. Ey, wie er mich jetzt immer erwischt. Ich habe vorher jeden Sprung irgendwie blocken können. Und auch da wieder kein Timing. Nicht gut. Nicht gut. Nein, räumt er doch noch. Ya, eher, 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 eher. Ja, ich bis mir nicht weiter. viel schon verloren an anderer stelle Feuerwurm gottfried 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 du magst glauben lieber gottfried du bist unverwundbar und du hast vermutlich auch damit recht und ich bin so dumm wie ich immer das falsche timing mache ok auch das ne ich denke immer ich bin genau perfekt und dann kriegt er nämlich doch ja ja und dann kommt wieder ein billiger move arschloch na gut ja meine heiltränke müsste ich tatsächlich mal aufleveln ich glaube dem habe ich ein bisschen zu wenig zeit gewidmet diesem aufleveln meiner tränke das muss ich wirklich noch machen für den ersten boss finde ich den aber geil das ist nicht wirklich der erste boss tatsächlich aber ich kämpfe manchmal so ein bisschen so als wenn es der erste boss wäre Mann 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 Ja, wieder zu früh! Das ist alles, ist alles eine Timing-Frage. Eine Hundertstel zu früh gerollt. Eine Hundertstel zu spät gerollt. Tot! Ganz ehrlich, ich bin doch sowas von unwahnsinnig. Das ist überhaupt kein Vergleich mit dem Kampf gegen den Reiter. Ich bin so ruhig. Nein, das ist ... Okay. Meine Güte, das Timing einfach. Das war hier zu spät. Zu früh. Ah man, zu viele Fehler schon wieder gemacht. Ich brauche! Man! Mann! Merkbar. Oh, okay. Ich habe zu viel Flass verbraucht. Oh nein, er will meinen Freund angreifen. Oh, lass ihn mal wieder dicht ran gehen. Na, come here. Ja, ne, never so dead. Das ist doch nicht einfach direkter Carsten, ey. Okay. Oh, und das war's für meinen guten Freund. Oh, der kommt, der Wind. Da kommt der Wind. Der Wind, der Wind. Am besten ist wirklich, wenn man dieses, wenn die Stomp-Attacke kommt und dann Rollen springen und dann Gib ihm. Wenn er dann das einmal raus hat, dann ist zumindest Phase 1, glaube ich, ganz gut handelbar. Okay, da bin ich zu früh gestormt. Nein! Zu früh! Das Timing ist alles. Von diesem Move. Timing, timing. Shit. Ach man, zu viel Schaden genommen, zu viel Flasks verbraucht habe ich bereits. Das ist ärgerlich. Tom. Ach, hör doch auf. Na, egal. Wir kommen da hin. Wir kommen da hin. Wir bleiben ganz ruhig. Ach Gottfried, wird eines nicht mehr so fernen Tages einsehen müssen. Das war's. Vielleicht hol ich in der zweiten Phase mal die Wölfe. Aber die haben immer einen, naja, das ist so ein dummes Ding. Never. Never! Arschgesichtiges Schweinemann. Okay, okay. Ach, das passt. Du musst nur ein paar mehr Counter und Openings bei ihm finden. Dark Souls ist 50% Wissen und 50% das Wissen umzusetzen. Aber wenn 50% das Wissen sind und 50% das Wissen umzusetzen, wenn du das Wissen dann nicht hast. Also wenn du die anderen 50% hast, dann sind es ja eigentlich, das sind ja dann eher 50% von den 50%. Wenn das dann nicht, fehlen ja nicht nur 50%, ich weiß es nicht. Wenn das dann nicht, fehlen ja nicht nur 50%. Ich weiß es nicht. So, jetzt, komm her. Ja, mach mal, ist mir auch egal. In dein Gesicht Wir haben ja nicht die Timings gehabt Okay, 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 okay Kein Problem, wir schaffen das Ruhig bleiben, anrennen Wenig Fehler machen Ey, diesen Angriff, ich hasse den so sehr Kann gar nicht sagen, wie sehr Ah, Spaß, oh ne, bei dem hab ich jetzt schon so viel Panik Bis ich nur noch Scheiße baue Bis ich nur noch Scheiße baue Was ist das? Ja, nein Ja, natürlich machst du da deine Scheiße da Never, wieso erwischst du mich? Ja, deine Hand ist größer Muss man zugeben Nein Okay, man muss fairerweise zugeben Diese Drachenhand hat ein bisschen mehr Masse Ein bisschen mehr Volumen auch Als das Händlein, was er sich dort abgetrennt hat Dementsprechend, vielleicht trifft er mich dann eher mit dem Stomp Aber Na, vielleicht bin ich auch zu früh gerollt Also man kann Phase 1 ja relativ schnell erreichen Weil ihn ein, zwei Mal dazu kriegt Schaden zu nehmen Okay Wie, Spike Wie, Spike Wie, Spike ich habe Nein, na, 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 naaa... Ui, je, je, je. Las Quali entstehen, die ist eine friedliche Quelle. Wie ... wie ... wie gemein ist es. Nevo! Arschloch-Gesicht! Na gut, man muss fairerweise sagen, das wird wohl nix mehr. Quali! Ja, mach ihn dann fertig! Quali, wo bist du? Warum bist du von mir? Shit, falscher Winkel! Und ... oh ja, das war's. Gottfried, sie craftet. Hey, ich bin ruhig, ich bin ganz entspannt. Nach diesem Kampf gegen diese Pferde, wisst ihr, das kann mich nix mehr schocken. Ich bin einfach die Ruhe selbst. Kampf erprobt. Äh, bis auf den, den find ich nicht gut. Zu früh! Nein, das ist ja ... Oh, nein! Oh, ey! Nein, der letzte! Nein, zu früh! Timing, wo bist du hin? Auch da ist das Timing wieder schlecht. Na gut. Ah, la la la, ich hau einfach drauf, mir egal, mir ... egal, weil ich eh nix mehr hab. Qualli ... Tu es ... Du musst ihn ermorden! Nein! Nein! Falsch! Qualli, was hast du getan? Ich hab mich so auf dich verlassen. Du hast mich enttäuscht. Du hast mich im Stich gelassen. Was war schlimmer, Waisenknabe oder Pferd? Waisenknabe, nichts wird jemals so schlimm sein wie der Waisenknabe von Koss. Der Waisenknabe von Koss ist für mich der nervigste Boss, dem ich bisher begegnet bin. Also, aufgrund allem, aufgrund des Movesets, aufgrund der Geräusche ... Ah, ne! Ja, genau. Warum nicht? Ey, das ist so unfassbar, dass der mich da erwischt. Ha, 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 ha! Ja, lebe, lebe, lebe! Ja, lebe, lebe! Kfali! Nein, ich guckee, lebe! Bixa nicht undanaue Müser! Im craften «Schein Monster» Bege! Kfali! Ne, es fühlt sich nicht immer sein. Von den Kopf und sch可是 das, und sch Dank. Eine Karte! In der Angeles! Okay, das darf ich jetzt nicht. Ähm. Nein! Wenn ich den noch geschafft hätte, den dritten. Oh, die Hähne. Wenn ich den dritten Roller geschafft hätte, wäre er down gewesen. Oh! Ein Roller geschafft, zwei Roller geschafft, den dritten zu früh, eine halbe Zehntel, Tausendstel. Ah, du Schweine! Mann! Habt ihr gesehen? Der dritte. Der dritte war so close. Ich wusste, dass der drei macht. Ersten geschafft, zweiten geschafft, beim dritten war ich natürlich dementsprechend ein bisschen nervös. Frap! Hätte ich vielleicht springen sollen. Da ist man länger in der Luft. Logischerweise als beim Rollen. Na gut. Schade. Aber es geht weiter. Wir lassen uns hier nicht... Da geht's rein. Zeigt er an. Völlig richtig. Da gehen wir jetzt rein. Ja. Finde ich scheiße, dass du die machst. Ah, ich hab mir schon gedacht, dass er mir noch Schaden macht. Kacke. Oh Mann, ey. Ei, ei, ei. Ja, der Sterbe verzögert. Oh Mann, ey. 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 Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann,enson. Warum? Ja, der dritte, ne? Und der vierte und der fünfte, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Nein, da ist ja auch noch Feuer. Ja, ja, das ist ja um ihn komplett herum. Okay. Okay, ja, alles klar. Ja, sehr müde, ich weiß, okay. Ja. Ja. Uiuiuiuiui. Okay. Oh, das war gemein. Du solltest hüpfen. Maler ist, wenn man recht dicht dran steht, dann hüpft er. Und... Mach dich diesen dummen Feuer... Freund. Und... Na gut. So, nächster Versuch. ... ... ... ... ... Das ist eigentlich auch ein guter Moment, um mit zu hauen. ... ... ... ... ... ... ... Oh, da hätte ich leider schon den vierten Schlag getriggert. Und konnte den nicht mehr abbrechen. Hätte ich natürlich, ähm... ...dreimal schlagen müssen und rollen. Was war jetzt der Fehler? Fehleranalyse. Ich bin... ... ... mein eigener Field Reporter. Mein eigener Lothar Matthäus. Fehleranalyse. Uuuuuuuuuuuu. Wupp. Bam. Bam. Okay. das war zu dumm das ebenfalls zu dumm getrunken diesen letzten schlag legt gommio naja ok jetzt muss ich natürlich wieder ein bisschen raus da hatte ich schon zu viel leben verloren da wusste ich das macht eigentlich gar keinen sinn mit einem deiner flaspen die letzte fahrse in na komm mein lieber freund eigentlich mögen wir uns doch oder da 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 das ist immer diese scheiße machen ist es Nein, ich bin doch da. Das ist so gemein. Never. Du Arsch. Never. Das ist gemein. Da komme ich nicht mehr weg. Oh, never. Oh, da war ich so in diesem Feuerkorridor. Da hatte ich gar keine Chance mehr. Da war ich auch sehr offensiv. Was habt ihr in der Abstimmung gemacht? Habt ihr in der Abstimmung gemacht und euch darüber festgelegt, dass ich nicht gewinne oder was? Das ist so, dass ich nicht mehr in der Abstimmung gemacht habe. nein zu spät nils mann das wäre die chance gewesen richtig gut abzuliefern der letzte immer kriegt nicht der letzte das ist gemein und Ich bin der Lord, von allem, was alt ist. Jawoll! Gar kein Problem. Quali, ich könnte mich am Ende auf Quali verlassen. Habt ihr das gesehen? Ba, ba, da, 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 da. Hu! Heieieieiei, stay hydrated. Absolut richtig. Oh! Wow, ja, warum nicht gleich so? Ihr habt völlig recht. Ja. Drei Minuten zu spät? Ernsthaft? Ey, ich will nichts sagen, aber ich war kurz versucht. Das war echt gemein, weil ich brauchte ja nur noch einen Schlag. Und ich hatte da keinen, ähm, keine Ausdauer mehr, glaub ich, für den letzten Schlag. Und da wär ich fast noch weit drauf gegangen. Aber zum Glück war Quali da und ich hab noch ein bisschen Heiler. Krams. Ja, sehr schön. BaluTV, vielen lieben Dank. Auch Hennemansen vor einer Stunde. Dich hab ich noch gar nicht erwähnt. Und ich glaub, Rev Blue Jeans und Booty Woody. Vor zwei Stunden. Ich weiß nicht, ob ich euch erwähnt hatte. Ich glaube eher nicht. Aber jetzt tue ich das nach. Dankeschön. Ja, wow. Ach Simon, du bist ja immer noch da. Warst du die ganze Zeit da oder hast du nebenbei irgendwie an den Füßen rumgepult und hast bis jetzt wieder aus der Küche gekommen, wo du das immer machst und hast gesehen, was hier geschehen ist. Original Prankster. Auch dir lieben Dank für dein Abadement. Der kleine Fitzl an Energie und er holt nochmal den Drachenatem raus. Das war wirklich gemein. Also der war ja eigentlich schon tot. Nein, nebenbei farme ich. Du farmst bei Elden Ring? Das ist ja krass. Respekt, dass ohne Flaschenupgrade gemacht zu haben. Ja, ich muss mal Flaschen upgraden. Ich weiß gar nicht so richtig. Wo finde ich die Sachen? Sind das die bei diesen goldenen Bäumen oder was? Oder was ist das? Gut, dass du dich nicht mit Florentin abwechseln musstest. Es ist wirklich so bei, finde ich, bei Bosskämpfen, wenn man natürlich alleine spielt. Es gibt vorne einen Nachteil. Der Vorteil ist, man kann sich so langsam rantasten. Man muss nicht die ganze Zeit irgendwie immer warten und kommt wieder raus und so weiter. Der Vorteil ist, also der Vorteil, wenn man zu zweit ist, ist der, dass wenn man einen so einen Kampf hatte und man ist vielleicht ein bisschen, fängt an frustriert zu werden oder so weiter. Und dann muss man dem anderen dabei zugucken. Dann hat man auf einmal wieder Bock und will selber spielen. Das ist auch nicht schlecht, aber am besten ist es natürlich, wenn man das alleine machen kann, dann lernt man das. Pete Smith hatte bei dem Boss eine Plus-4-Flask. Ja. Hätte ich auch gerne. Habe ich aber nicht. Ich habe den perfekten Spot gefunden, zeige ich dir. Ja, das ist eine gute Idee. Den perfekten Farming-Spot. Wow, ey, das war wirklich ein krasser Kampf. Meine Güte. Und Quali war wirklich ein guter Freund am Ende. Und ihr habt tatsächlich die Wette jetzt wegen drei Minuten verloren. Das ist ja echt ärgerlich. Beziehungsweise gibt es nicht auch welche, die gegen mich gewettet haben? Ich bin um das Schloss einfach drum herum geritten, sagt Wassertropfer Aal. Ne, nicht Aal, Tropfer Aal. Aal schreibt sich mit zwei A. Ich finde nicht mal den Weg zu dem Typen. Ja, ich bin da auch durch die Burg einfach und habe mir alle Wege angeguckt. Ich laufe immer durch die Burg und gucke mir alle Wege an. Und wenn du alle einmal abläufst, kommst du ja automatisch überall hin. Oh, Simon, du hast mir noch was geschrieben? Ah, da. Simon schickt mir ein Foto von der Map. Einen Spot auf der Map. What? Muss ich erstmal gucken, wo du da überhaupt bist. Was, da? Achso, ganz im Süden. Ne, das ist nicht Süden. Das ist Osten. Einfach nur Osten. Achso. Da ist der Spot, den Simon geschickt hat. Könnt ihr überhaupt nichts mit anfangen jetzt, ne? Weil das natürlich... Da... Seht ihr das überhaupt? Ne, keine Chance. Okay, ja, vielen Dank, Simon. Das werde ich... Werde ich mir gleich mal angucken. Aber ich werde natürlich jetzt nicht farmen. Der Spot auf der Map. Hey, das sind alle angesagten... Leute. Ah, das war schön. Ey, das fühlt sich aber gut an. Wisst ihr was? Das ist das Geile an diesen Spielen. Du hast da diesen Boss-Kampf und du kriegst am Anfang nur aufs Maul. Und man muss wirklich versuchen, einfach mit jedem Mal klar zu bleiben im Kopf und nicht sich abfucken zu lassen. Wenn man sich abfuckt, so wie ich bei diesem Pferd, dann ist es vorbei. Aber da habe ich das Gefühl gehabt, ich bin mit jeder Runde, auch wenn ich jetzt zwei, dreimal dann auch Runden hatte, wo ich dann wieder nur aufs Maul gekriegt habe. Aber man kommt mit jedem Mal das Gefühl ein bisschen weiter voran. Und irgendwann manifestiert sich so das Gefühl, okay, den kriege ich, ey. Selbst wenn ich ihn jetzt nicht kriege, aber bald kriege ich ihn. Godric's Great Rune. Retrieve Lost Runes. Okay. Remembrance of the Grafted. Wow. Jetzt kannst du seine Axt machen. Wie kann ich seine Axt machen? Kann ich die jetzt bauen oder was? Ich habe meinen Farming-Spot im Startergebiet. Da gibt es so sechs Riesen. Und jeder gibt auch tausend Runen. Geben die tausend Runen? Ja, pro Riesen weiß ich gar nicht mehr. Ah, wie schön. Ich touch erst mal the Grace. Wow, 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 wow. Und ich mag es ja immer so, mich dann auch in Boss-Arealen umzuschauen, um so ein bisschen die Geschichte versuchen zu verstehen. Also hier ist erst mal der Drache, dem hat er diesen Kopf abgerissen. Und damit er den Drachenkopf als Arm haben kann. Was ja schon mal auch ein Akt der Verzweiflung ist. Weil das ist ja auch nicht rückgängig zu machen. Sondern hat er den halt jetzt immer. Und wenn er das vorher für nötig gehalten hätte, hätte er nicht so lange gewartet. Das ist lustig, weil das sieht ja wohl eindeutig aus wie ein Frosch. Seht ihr das? Das ist doch ein Frosch. Das seht ihr doch auch, oder? Oder ein Affe. Es ist vielleicht sogar eher ein Affe. Es ist ein Affe. Sagen wir, es ist einfach ein Schimpansen. Ein sehr alter, zahnloser Schimpanse. Ihr seht das doch auch, diesen Schimpansen hier, oder nicht? Das ist doch eindeutig. Was macht der denn da? Affe passt, ne? Okay, was? Unser Blut so noch beschmiert vom Blut des Feindes. Das Schild. Was haben wir denn hier noch? Also ein riesiger Friedhof. Das ist der Friedhof der Burg, der Burgfriedhof. Wie viel Flasks haben wir jetzt? 20.000! Oh Gott, ich sollte nicht weitergehen, ey. Ne, ne, ne. Auch wenn es die Ruhe hier ist, aber nicht, dass ich wieder aus Versehen irgendwo hinkomme. Und dann sind die 20.000 Seelen weg. Ich gucke nur mal ganz vorsichtig hier am Rand. Naja, okay, also hier hat der also sein Dasein gefristet. 20.000 Seelen! Okay, was kauf ich mir davon alles geiles? Was kauf ich mir davon? 20.000 Seelen. Pfeile? Ja. Tausende, tausende Hausfahrt Dauerkarte. Ja. Ohne Möglichkeit. Ein echt Schickenhut aus Silber und Gold. 20.000 reichen für den Wintergarten. Weiß ich nicht. Ich brauche hier ein passendes Haus dafür. Ich brauche hier ein passendes Haus dafür. Kannst du Flasks leveln? Ich glaube nicht, meine ich. Ich muss mir mal ein paar Flasks. Das ist doch hier und dann das, ne? Oder? Ne, doch. Ne, Number of... Not enough. Und das andere ist das. Increase, genau. Habe ich nicht. Habe ich beides nicht. Wie kann das sein, dass ich schon so viel erledigt habe hier? Und habe die Sachen alle nicht. Wir können uns ja gleich mal auf die Suche machen danach. Schauen, ob wir irgendwas finden. Diesbezüglich. Einen Springbrunnen für 10.000. Ja, da baue ich ja auch erstmal ein passendes Haus. Ich baue doch nicht in irgendeinem Mietshaus oder so. Baue ich doch nicht einen Springbrunnen. Und wenn ich dann ausziehe, dann muss ich den wieder abbauen oder was? Du musst zu den Kapellen für Upgrades. Und zu den kleinen goldenen Bäumen. Ganz genau. Aber okay. Zu den Kapellen. Die Asche deines Schwertes findest du am Süden des Sees. Ach echt? Ja, das will ich haben. Ich bin erstmal echt happy, dass wir das hier geschafft haben. Weil die Burg war echt anspruchsvoll, muss ich sagen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir schon alle Wege überhaupt erkundet haben. Ich meine, da gab es ja noch ein, zwei andere Wege, die wir noch gar nicht gemacht haben. Und diesen komischen Superboss da. Der wahrscheinlich noch schwieriger ist als der Endboss, der mit seinem Feuer da. Am Süden des Sees. Das wäre dann hier oder was? Also da irgendwo, ja? Das wäre natürlich super, diese Asche hätte ich gern. Um mein Schwert zu verbessern. Und ich muss diese Bäumchen finden. Das ist auch echt wichtig, weil ich möchte mich da ein bisschen verbessern. Das ist ja Quatsch. Aber was machen wir mit den 20.000? Erstmal aufleveln, wa? Okay, also was machen wir denn? Wir könnten mal wieder Endurance, naja. Vielleicht auch mal wieder eine Runde Endurance. Gibt es ja eigentlich einen Cap, ist... Nee, okay, warte mal, das ist strange. Jetzt gibt es einen. Okay, das ist strange. Warte mal, wie ich... Gibt es... Guckt mal, Leute. Wenn ich jetzt einen ausgebe für Dexterity, bin ich bei Attack Bauer bei 192. Liegt das an meinem Gesamtlevel oder woran liegt das? Und wenn ich jetzt einen für Strength mache und jetzt einen für Dexterity bekomme ich zwei auf... ähm... auf die Air-Attacke. Seht ihr das? 194, 192. Aber wenn ich den direkt mache, bekomme ich nur einen dazu. Das ist doch strange. Okay. Verstehe ich nicht ganz. Scaling von meiner Waffe. Ja, ja, aber das müsste doch eigentlich... Also die werden ja... Oder warte mal, ist das andersrum genauso? Das würde vielleicht Sinn machen. Ah, ja, okay. Na, alles klar. Ja, ja, ja. Okay. Naja, meine Waffe ist ja eigentlich so ein... eher so ein Quality-Bild, ne? Also die kann ja eigentlich beides. Ist das so lustig? Guck mal. Ah. Machen wir mal so. Hm... Das Scaling von der ersten in der rechten Hand. Ja, 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 ja. Was? Wo? Das Scaling... Das Scaling steht da aber nicht. Warte. Wo steht das Scaling? Naja. Ja, aber das kann man ja machen. Also wir gehen einen auf Dings, einen auf Strength und einen auf Dexterity. Ich denke, das ist schon okay. Also ich scale auf beides mit D oder so glaube ich. Warte mal. Ähm. Ne, mit Dex sogar mit C. Ah, okay, mal Dex, Scaling sogar mit C. Guck. Also, wir haben so viel noch zu tun. Hier ist erstmal noch ne Tür. Was? Hatte der hier so Typen hier? So Friedhofswärter? Oh, das... Der Typ vom Anfang der Burg. Ich hab' die Arbeit gemacht. Ich hab' die Arbeit gemacht. Ich hab'... das, was er verdächtet. Ich hab' die Probleme mit mir. Ich hab' die... was er verdächtet. Ich hab' dir gesagt. Was umher geht, kommt umher. Er hatte ein dreckiges Herz, eine dreckige Begegnung... Okay, aber krieg ich jetzt irgendwas von dir? Ja, weiß ich nicht. Also irgendwie finde ich den komisch. Ich habe das Gefühl, vielleicht sehen wir den nochmal wieder. Das ist irgendwie ein komischer Gesell. Der ist rachsüchtig und klein und also charakterlich irgendwie. Wie der dem da jetzt, er hat nichts dazu beigetragen und genießt das da, ihm jetzt auf die Krone zu treten. Also erstmal, das ist, ich hätte das wahrscheinlich gar nicht gefunden. Das sind die Überreste von Godric. Das habe ich von ihm übrig gelassen. Aber ganz ehrlich, das ist vielleicht auch für alle Beteiligten das Beste, dass der jetzt so aussieht. Aber der andere da, dem traue ich nicht über den Weg. Ich lasse ihn leben, ich greife ihn nicht an. Aber er ist schon irgendwie ein komischer Kauz. Ich glaube, seine Gefangenschaft hat ihn leicht psychisch angegriffen. Und das würde ich tatsächlich auch vermuten. So, was? Oh, das ist sein Thronsaal oder was? Wow. Darf ich mich darauf setzen? Ja, ganz schön groß. Okay. Das ist ein Bildnis von ihm, als er noch normal war, oder? Zumindest ist es derselbe Typ, der auf dem prächtigen Gemälde in dem Speisesaal war. Aber er wurde natürlich irgendwie korrumpiert. Irgendwas hat ihn korrumpiert. Diese ganzen Dinger hier, wirst du... Das stimmt doch einfach nicht. Liar ahead, oder? Liar ahead, das ist so klar. Man müsste die ganzen Leute, die ja unsinnig Quatsch verbreiten, einfach alle... Alle aus dem Spiel entfernen. Okay. Da ist irgendwie nix. Was haben wir hier? Hallo? Hallo? Okay. Was ist ja gerade proben? Okay, das geht auch. Man kann auch Dreieck und R2 gedrückt halten und dann kommt man automatisch hier auch in diesem Video. Das ist natürlich ganz gut. Ich kann die... Dings gerade nicht mehr zweihändig nehmen. Ist hier meine Taste kaputt? Ich kann auch nicht mehr schießen. Hallo? Ich kann auch nicht mehr schlagen. Ist das... Okay. Okay. Ich kann nicht mehr schlagen und... Ist das hier... Bug oder ist das nur, dass man in diesem Raum nicht schlagen kann, damit sie nicht zu PvP kommt? Oder was ist das jetzt? Äh, okay. Ach, das ist normal. Okay, ich habe gedacht... Ich wäre jetzt eine Bug aufgesessen. Naja, was haben wir denn hier? Ich will ja nur mal gucken. Ich will ja nicht direkt den nächsten Endboss hier. Das... Wow, was ist das hier noch alles? Das ist ja ein Irrgarten. Hier ist eine Leiter. Oh, ein Item. Und ein... Geist. Hallo? Maiden, Maiden, dear Maiden, where are you? Please take my grapes. Äh... Shabiri grape. Okay. Okay, ja gut. Dann mache ich das. Was können die denn die Grapes? Was können die Grapes? Ist das hier... Eine Crafting-Zutat oder was ist das? Da. A yellowing, oozing eyeball of the infirm. The surface is shriveled. And the inside is squishy. Not unlike a large, overly ripe grape. Give to the blind maiden. To guide her to the distant light. Geil. Ärgerlicherweise ist sie tot. Die blind maiden, das ist doch die, die mich... Vielleicht treffe ich den Geist nochmal. Vielleicht kann ich da nochmal hinreiten. Wenn... Das wäre natürlich stark, wenn ihr Geist dann... Hätte ich das, wenn ich zuerst hier gewesen wäre und dann die blind maiden getroffen hätte... Hätte ich sie dann irgendwie retten können oder so? Oh, das tut mir ja richtig in der Seele weh. Hätte ich sie retten können? Herr Lisi, vielen Dank für deinen Prime. Mh... Hätte keinen Unterschied gemacht, okay. Zwischenfrage, spielst du Horizon auch noch weiter oder erstmal Elden Ring? Fragt Rumo. Guter Name, Rumo, aus dem Buch. Denk ich mal. Ja, ich hatte schon vor, Horizon noch weiter zu spielen. Das ist natürlich jetzt echt schlechtes Timing, ne? Dass die beiden mega geilen Spiele, auf die ich voll viel Bock hab, exakt zeitgleich kommen und beide einfach richtig, richtig gut sind. Crystal Bud. Oh, hier ist noch ein Feuerchen. Okay, jetzt bin ich schon wieder draußen. Aber ich hab natürlich noch nicht alles gemacht in der Burg. Ah, wer bist du? Hallo? Hallo? Ach, das ist die blinden Maiden. Die sind alle blind hier, die Mädels. Ja, das ist los. Ja. Okay. Ich sag da natürlich nix zu. Okay. Ja, das nehm ich an. Diesen Segen nehm ich an. Wo sind wir denn hier? Oh, hinter der Burg. Ach, hätte man vielleicht auch tatsächlich hier vorbei reiten können und die Burg links liegen lassen, ja? Na, wer sollte denn zu sowas im Stande sein? Wow. Okay, da geht's runter. Oh, da sieht's aber wild aus. Da ist ein Wald. Was? Map, please, Nils. Ich suche sie. Was suchst du? Die Bäume oder was? Oder die... Was? Acquire Materials. Ja, da kann ich nicht dran vorbeigehen. Da hinten sind irgendwelche Leute, die gehen da spazieren. Wow, das sieht schon richtig düster aus, wo wir da noch hinkommen können. Also dieser, das ist schon viel. Wir haben natürlich immer noch das Ding, was hier auf uns wartet. Und das scheint mir schon wirklich, also da sind wir schon sehr weit weg in der Map. Wir haben ja gewisse Teile hier noch nicht so, finde ich, so richtig genutzt. Aber das ist schon echt nice. Ich würde gerne jetzt so ein leuchtendes Bäumchen haben. Wo ich mal so irgendwie... Ich muss meinen Bonfire verbessern. Äh, meine Flasks verbessern. Lies nochmal das Item durch, das du vom Boss bekommen hast. Äh, ja, das können wir gerne machen. Völlig berechtigterweise habe ich da noch gar nicht wieder mich mit beschäftigt. Das ist ja, oder? Ja. Ja. In the race of gold. Ja, da... Okay, da kann ich... Da muss ich dann mit so einer... So wie die Holdemite da gerade mit ihrem... Fingerreader-Shit, da kann ich dann das irgendwie zu irgendwas machen lassen. Sehe ich das richtig? Das würde ich natürlich sehr begrüßen, weil ich habe hier ein Golden Seed. Und... Increase your sacred flood. Okay. Aber... Ähm... Was habe ich hier noch? Achso, die Runen. Ich bekomme jetzt auch noch mal sehen. Okay. Zeige ich dir. Ist doch klar. Äh... Diese meinst du nicht, ne? Das sind ja Talies-Männer. Guck mal, das ist sogar besser. Oder? Oh... In einigen Teilen. So, Rune, Schmune, wo bist du? Welche Rune wolltest du sehen? Warte mal, wo sehe ich denn? Ashes... Tools... Wo sehe ich diese Runen? Da. Ne. Was haben wir hier noch? Was haben wir hier noch? Was sind die Sachen? Starlight Shards. Silver Pickled Fowl Food. Das hätten wir auch noch mal bekommen. Ah ja. Temporary Boosts. This. Mh... Schlüssel. Cracket Pot. Death Root. Ne. Ne. There's something. Hold on. Godric's Great Rune. Godric's Great Rune. Da. Das ist es. The Great Rune of the Shard-Bearer Godric, devoid of any benediction. Seek the Divine Tower of Limgrave, which stands beyond the Great Bridge from Stormvale Castle. Und dann? Okay. Waren wir das schon? Oder steht ihr jetzt hier unter uns? Oder ist es... Ne, das ist Stormvale... Stormgate, was hat er gesagt? Gate Front... Ne, das... Das ist alles nicht, ne? Stormy Check. Wahrscheinlich auf der anderen Seite. Wir haben es ja erst... Jetzt gerade bekommen. Oder ist es das hier? Das kann es auch sein, ne? Das hier vielleicht? Oder... Hier lang. Stimmt, vielleicht könnte ich ja hier mal aufs Aquädukt kommen auch, ne? Und dann hier lang. Guck. Ah, okay. Mal schauen. Dann gehen wir da auch nochmal hin. Die Frage ist, komme ich da so easy hin? Oh, Wölfe. Ich bin noch gar nicht wieder in Kampflaune. Ich bin noch gar nicht wieder in Kampflaune. Ach, Mensch. Ich habe Bock jetzt... ...hier mit den Wölfen anzulegen. Ich glaube, einer lebt noch, ne? Ja, den können wir uns so schnappen. La 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 la... La 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 la... Thin Beast Bones kann man mit... ...Pfeile und... ...Bolzen... ...Craften. Jetzt komme ich hier auf die Rückseite der Burg wieder, oder? ... ... ... ... ... ... ... ... auch ein wolf Eichhörnchen oder Hörnchen oder was auch immer das ist vielleicht sind das liebe Wölfe die sind gar nicht so aggressiv vielleicht sind die einfach nett und ich mach die platt direkt ein schlechtes Gewissen falls du es noch nicht weißt man kann am Bonfire seine Rüstung für 500 Seelen besser machen, sie wird aber auch schwerer das wusste ich tatsächlich noch nicht Real Bar Hulu, vielen Dank auch dir für deinen Prime willst wenn du eine coole Dex-Waffe willst sprich mal mit dem gefesselten Zauberer in der Tafelrunde Nils auf der Map wird dir durch ein Icon das nächste Kartenstück angezeigt hier sieht man gar nichts was ist das hier für ein mysteriöser Pfad der muss mich ja irgendwo hinführen oh hier sind auch schon Leute gestorben ah das ist ein Adler geben die im Zweifel Federn Federn kann man nochmal gut gebrauchen okay wie sind die denn hier gestorben wurden die invaded oder was da ist so ein Ball ähm ah warte mal vielleicht komm ich dann über diesen Steg da so rauf vielleicht sogar ähm bop 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 ja Pfeil ist leider sehr teuer das stimmt wir gehen mal weiter das Känguru ist so wie wie dieser Hase bei Matrix ich hab das Gefühl der führt mich irgendwo hin mal noch welche Geister da ist ja ein Adler wäre schon mal so ein leichtes Klingeln oh Musik ertönt oh Entschuldigung ich brauchte die Bones alles klar tut mir leid ich musste mal ein paar Sachen craften können ist nicht persönlich ist nicht gegen euch oh oh ärgerlich da ist das leuchtende Bällchen was mag sich hinter diesem Pfad ich bin ganz neugierig verbergen das ist ja wirklich so ein ganz kleiner unscheinbarer Pfad der sehr lang ist das wäre doch schön wenn der irgendwo hinführt wo man denkt boah das hat sich jetzt richtig gelohnt hier einfach mal nach zu gucken da ist der da ist der lauf Johnny ey der ist einfach schneller als ich das ist einfach nicht fair geil Ash of War Stormwall mushrooms das ist alles gewesen hier oder was das kann man natürlich dann so aufs Schild machen ist vielleicht gar nicht schlecht da oben wow hier ist ja richtig was los ok da geht es auch rauf das ist tatsächlich dann das ja ok aber ist das von der Höhe so dass ich dann da auch rauf komme das Aquädukt oder muss ich das von einer anderen Stelle besteigen da komme ich nicht rauf nehme ich an auch mit meinem Pferdchen wohl nicht ja dann war es das wohl ne hier ist ja da kam ich ja her ja also hier komme ich leider nicht weiter 3 Jumping auf warum sind Leute so gemein wobei das ist gar nicht so mit dem Pferd vielleicht könnte man da irgendwas wieder runter kommen aber ich muss auf die Seite da das ist doch so dicht dran und so weit weg oh fast guck mal das ist total gemein da will ich rauf komme ich denn von dieser Seite da rauf ich weiß es nicht wenn ich hier durchs Main Gate gehe vielleicht ich war ja noch gar nicht beim Main Gate und dann hier rechts vielleicht ist es ja sogar mega easy würde ich gar nicht ausschließen wollen mit dem Pferd die kaputte Brücke hoch ist möglich echt kannst du mal ausprobieren hätte gedacht vielleicht ist das nicht möglich mal gucken vielleicht schaffe ich es ja doch schauen wir mal wenn dann hier war ne ne guck mal warte macht der das auch eyäh ja das ist eine Lücke das habe ich gar nicht gesehen wieder gar kein problem so einen erfahrenen pferde nach wie mich ja danke für die ein kochbuch und jetzt sind wir hier auf dem aqueduct klar gar nicht wahr das ist die kaputte brücke sind auch gar nicht auf dem aqueduct aber da ist doch schon wieder so ein fieser typ da oder oder es ist ein freundlicher ist nett ist ein netter freund hallo ich möchte bitte sofort warten sie absteigen und mit ihnen reden was die hat auch so viele hände oh oh head to the foundation of gold tarnished traverse rea lucaria glint stone even tied and reunite the half kressen at the grand lift oh but the bridge is collapsed and cannot be crossed only why should that matter stormfail castle still stands tall okay okay ich habe doch gerade schon ich habe doch gerade schon okay sehr schön sie kann meine fingers lesen aber naja ich kann nicht so einfach das ding ist ich habe für alle leute die sich das fragen ich habe meine steuerung umgestellt weil ich immer aus versehen weil ich so doll gedrückt habe mit dem finger dass den stick reingerückt habe und dann ist der immer automatisch vom pferd abgestiegen das ist ständig passiert so dass ich das umgebaut habe die steuerung ist jetzt ein bisschen anders ein bisschen kompliziert aber es funktioniert für mich besser ich habe jetzt ähm ja das muss umgegangen ja das muss umgegangen ja das muss umgegangen was haben wir noch da sind wir ja nicht egal also hier sind wir wieder unterhalb dieser des viaductes offensichtlich kein aqueduct sondern ein viaduct also eine straße können keine wasser straße muss ich hier noch rauf oder war es das jetzt eigentlich weil das war jetzt frage muss ich jetzt noch auf diese straße hier rauf weil hier ist ja eh kaputt da komme ich ja in die schweizer wenn es auf einem viaduct regnet ist es dann ein temporäres aqueduct ah von der burg auf das viaduct okay das heißt ich muss vermutlich dann hier auf diesen punkt oder storm whale main gate schätze ich mal muss ich dann hin oder hier oder hier na bb 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 bin ich hier richtig ich muss da hin oder was ah warte hier war ich schon hier war ein item oder naja bin ich richtig hier bevor ich mich jetzt dumm und dämlich suche guck mal das tor ne ich finde es jetzt ein bisschen scheiße weil wenn ich ihm gesagt hätte macht das auf dann hätte er das aufgemacht und jetzt ist es für immer verschlossen für mich aber ich habe doch gesagt er soll es aufmachen schweine gesicht der ist jetzt einfach weg der hat es überhaupt nicht aufgemacht ja sowas kann ich ja ab also kurze frage weil ihr mich jetzt ja dahin leiten wollt bin ich hier überhaupt richtig oder muss ich ein anderes bonfire nehmen bevor ich jetzt hier diesen ganzen weg entlang klettere und kraxel aber das ist echt strange der hätte doch gesagt er öffnet mir das das finde ich irgendwie nicht fair was an die stelle mit den ach jetzt weiß ich wo ihr meint ach ja 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 warte mal welches war das war das das hier denk ich mal vielleicht ist das auch quatsch vielleicht war es auch das andere aber ich glaube ja hier ja 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 ne nein falsch meins dann war das das so hier habe ich nämlich einiges noch nicht gemacht hier wollte ich sowieso noch mal hin zum einen ist hier diese sau noch hier sie sind ein Ok Oh, wow Ok Immer diese Ja genau und dann kickt er mich noch und Eieiei, ist aber dreist Da liegt er mit seinem alter Pusteln Ja, aber wie viel habe ich jetzt, jetzt habe ich Schon richtig viele Seelen wieder Hier, schätze ich mal und dann da runter durchs Tor, oder? Jetzt habe ich natürlich Warte mal, nur noch ein Flask Und 4600 von diesen Dingern Ich kann mich auch an den Lump da vorbeischleichen Was brauche ich denn zum Was? 1600, 1700 ungefähr Reicht nicht Ich lad das nochmal auf, ich brauche den Typ Ich kann den umschleichen Oder ist der wieder da? Ja, ne? Und ich meine, wir müssen dann War das hier oder Oder noch ein War hier schon links? Oder noch ein weiter? Ich glaube noch ein weiter Richtung Riese, oder? Ah ja Warte, aha War das hier? Ich weiß es nicht mehr Leute, 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 Leute Alter ey Terrorvogel Das ist kein Bock Das ist kein Bock Nein, das Nerviger Vogel Hier aufgepasst Ja, aufgepasst Postboss Syndrom Na gut Dann Jetzt ist schon wieder Tag Dann hole ich mir jetzt mal meine Seelen einmal zurück Dann hole ich mir jetzt natürlich meine Seelen einmal zurück Nein Entschuldigung, bitte Ich habe mir noch ein paar Seelen wieder zurück zurück Was ist denn noch? Sind die besser geworden? Haben die sich auf mich eingestellt? Nein Hör jetzt auf mit dem Zündeln Vorhin habe ich die gefühlt leichter gemacht Dann muss ich dich auch noch mal leider platt machen Aber dann muss ich zurück Dann war das Oh, übrigens Warte mal Bei dem Goldenen Baum Den hatte ich glaube ich schon geerntet Aber dann war das gar nicht da runter Sondern Achso, da war die Frau Genau Oh, hier liegt noch was in der Luft Dann war es hier runter Es wird Tag Ich muss ein bisschen aufpassen Und dann Schleiche ich mir G'schleichenstein Wir wachen hier irgendwo Ich versuche mich mal ein bisschen hier Ah, hier darf ich nicht ne Da ist es doch runter Oh, kann ich da einfach Soll ich da einfach lang Laufen? Okay Das ist die Frage Die Frage Die Frage ist Sieht mich hier einer Das ist die Frage Oder kann ich hier einfach lang schlawenzeln Bin ich hier richtig? Ich habe ein bisschen das Gefühl Ich bin hier nicht richtig Ich habe ein bisschen das Gefühl Ich bin hier falsch Aber ich war hier auch noch nicht Deswegen ist es schon okay Oh, fuch Okay Einfach mal so ein Skorpion dahin gebaut Alter Ey, von der anderen Seite auch Okay, da habe ich keinen Schuss Geronimo scared in the leg Oh, von beiden Seiten Oh Nein Oh Und noch einer Okay Oh nein Ich habe ein bisschen das Gefühl Hier sind zu viele Leute Zu viele Oh, das ist hier noch einer Und noch einer Okay Ich habe nichts mehr zum heilen Können wir da einmal jetzt kurz Das ist doch nicht zu Nein Nein, kein Heul Ich dachte schon, wenn wir so ein Horn erklingen lassen Meine Güte Es wimmelt ja hier von diesen Leuten Ich bin ja einfach mal so ganz Nonchalong Da hinten ist ein Riesenmessermann Nein, das ist jetzt nicht mein Begehr Ja, aber wenn ich jetzt hier keinen Bonfire erblicke Dann werde ich ja nicht mehr lange sein Okay, da sind noch mehrere mit irgendwelchen Sind das Statuen oder sind das Kämpfer Da links rein, warte mal Ich muss hier gerade durch Wo geht das denn in diese Richtung Da geht das Ist das das Haupttor? Ah, das ist das Haupttor Und da kann ich, wenn ich das aufmache Habe ich einen Shortcut Aber ich habe auch nicht mehr viel Leben Oh oh Habe ich keine Pfeile mehr? Noch drei Brandpfeile Zehn Bolzen habe ich auch noch Ich muss mal nichts mehr riskieren Ich habe halt einfach mal überhaupt nichts mehr Ich hoffe mal, dass es das jetzt hier gewesen ist Nein Scheiße, die Warnsache Nein, wie kommst du denn So schnell zu mir? Ich bin in der Falle Von wo? Von da oben oder was? Ach, das ist ja die denkbar ungünstigste Stelle Seine 6000 Seelen zu verlieren Geronimo Unzufriedenheit macht sich breit Der Weg ist lang, die Feinde sind zahlreich Finde ich nicht okay Ich bin unzufrieden mit der Situation Jetzt könnte mir ein paar Pfeile craften Rainbow Stone Arrows Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba Oder Bone Arrows Fetchit Sind die gut, können die was? Wie viel habe ich jetzt davon? 20 Spawn vor dem Tor sagt dem Typen, er soll das Tor aufmachen Der Typ ist ja nicht mehr da, das ist ja die Scheiße Der Typ ist einfach nicht mehr da Ich hatte ihm ja ganz am Anfang gesagt, er soll das Tor aufmachen Und das hat er nicht gemacht Das Ding ist, ich kann das Also das braucht halt seine Zeit Ich muss halt einfach Ich wollte ehrlich gesagt ein bisschen Mir das sparen Jetzt die ganzen Typen zu machen Aber so wie es Gerade ausschaut Muss ich mir wirklich die Zeit nehmen Und das in ganz Ruhe machen Und dann würde das auch klappen Aber dadurch, dass ich hier schon mal war Ist natürlich die Ungeduld dann irgendwo auch Spürbar Die Ungeduld Wollte ich mich verarschen Aber auch das war wieder nicht besonders gut gemacht von mir Was? Entschuldigen Sie bitte was? Oh hör doch auf Ich hab dir gesagt, du sollst es nicht machen Obwohl ich muss mich erstmal heilen Oh ey jetzt Oh Jetzt kommen sie alle Oh ja Das hab ich mir gedacht Das war dumm von mir Ich habe nicht aufgepasst Der Ungeduld Feind Ist der Tod Mein Freund Mein Freund Ah Mann Diese Ungeduld Unglaublich Scheiße Sind aufgestanden Da ist noch einer Ich muss sie wirklich jetzt alle der Reihe nach Darf hier auch keinen vergessen So wie den hier Kann man nicht backstabben Die Typen So jetzt muss ich mal überlegen Diese Skorpionschützen da Die muss ich irgendwie wegholen Die sind irgendwie invincible Die Typen Ja genau Hat der auch schon irgendwelche Windattacken Das macht ja auch gar keinen Sinn Kann ich mich hier heranstellen Nein darf ich nicht Warum habe ich keine Ausbildung genossen Hab So Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen Wo waren diese Lächerlich Lächerlich Dass ich dich nicht backstabben kann Und jetzt muss ich es mal wirklich Mit Geduld machen Wo sind die Scheiße Die schießen schon auf mich Ich glaube ich keine Chance Ich kann nur durchlaufen Oh Mann Okay aber ich Er kriegt auf jeden Fall Gut Schaden Ich glaube Original in sein Pfeil rein Das ist ja so lächerlich Das ist ja so lächerlich Okay Den haben wir Aber noch mehrere Wo sind die anderen Wo sind die anderen Okay Wo ist die andere Skorpion noch Da oben Was ist das Ne Wo ist diese andere Skorpion noch Nicht abhauen Nicht abhauen So Wo ist jetzt diese andere Skorpion noch Das gefühlt kam das Oder hat das wieder Einer neu besetzt Ne Gefühlt kam das eher So aus dieser Richtung Da oben oder so Da Oh Mist Da komme ich aber nicht ran Oder Da vielleicht Ja Na komm her Oh jetzt hör auf Oh ich habe jetzt keine Lust Auf so ein Spielchen Komm Komm Seht ihr irgendwas Ich sehe nichts Ja ne Okay Die wird ja wohl hoffentlich Nicht neu besetzt werden Jetzt müsste das Eigentlich hier frei sein Die ist weg Die ist weg So ein anderes Skorpion Da oben vielleicht Würde mich jetzt nicht wundern Ehrlich gesagt Ja mal gucken Nein Pfeile alle Schade Aber da ist jetzt keine mehr Oder Oh jetzt habe ich keine Pfeile mehr Oh man ich habe halt original Eine Flask Zu viel verbraucht Zu viel verbraucht Kann ich noch irgendwas craften Irgendwas Ne Nix Ich habe noch ein paar kleine Bolts Und ein paar kleine Feuerpfeile Das ist halt original Und ich Warte mal Ich kann da Ach Mist Ich habe ja überhaupt nicht genug Ich trottel Kann die zweiten Skorpions Da nicht ausschalten Oh Gott Ist das dumm Ich hätte mehr Pfeile kaufen müssen Wir gehen auf Nummer sicher Drei Leute Da kann ich Das kannst vergessen Vier Leute Ne Das kannst du vergessen Das war der Dicke mit der Axt Fünf Leute Guck mal Muss hier irgendwo sein Ich bin sicher Ich habe ihn gesehen Boah Ne Ich muss die alle einzeln ausschalten Dann muss ich rennen Weil ich von den Skorpions platt gemacht werde Und ich komme nicht an die ran Oder komme ich da irgendwie hoch Über Vielleicht über diese Steine Nein So Könnt ihr euch mal wieder positionieren Bitte Eure Plätze Jeder auf seinen Platz Guckt der mich an Oder guckt der weg Guckt mich leider an Und weg Rein und raus Rein und raus Das muss die Taktik sein Die Geduld muss ich jetzt leider aufbringen Und ihr auch Okay der Dicke Mobs ist schon mal aus dem Weg Ist gut Archer Boy Da ist noch einer Aber es waren ja noch mehr Oder Hier die Seite ist frei Wo sind die Skorpions versteckt Die mich gleich nerven werden Da ist noch einer Und da ist einer Okay okay Ganz ruhig Typ für Typ Langsam Bedächtig Hier rechts Vielleicht Ein bisschen Schlawenzeln Ich habe ja noch Ein, zwei Bolzen Auf jeden Fall Da ist noch Wieder drei Feuerpfeiler Hab ich noch Zwei oder so Ja Können wir noch mal Nutzen Um einen da rauszuholen Ist der zweite Ach der ist da geblieben Das ist aber nett Okay sehe ich von hier oben Irgendein Skorpion Einen Treffer reicht ja teilweise schon Um den da ist einer Guck mal Da Schieße ich lieber selber Schieße ich lieber selber Mach mal ab da Nicht neu besetzen bitte Es geht Es geht Kommst du ruhig Nicht wieder ran setzen Okay Mal gucken Ich muss jetzt Jeder Bolzen zählt Ja okay Der hat offensichtlich auch Keine Falling Damage Äh hallo Ich kann mich nicht mehr bewegen Achso der war angewählt Ohr Hauptsache das Ding da oben bleibt Unbesetzt Ah okay Das ist natürlich jetzt Nicht nötig gewesen Wenn es an mir geht Ist das die letzte Skorpion gewesen Da oben ist noch ein Typ Nicht das der die jetzt neu bemannt Ja wir machen das hier ganz rei Ganz leise Ganz langsam Oh der trifft mich sogar von da oben Solange du nicht die Skorpion da bemannst Bist du mir eigentlich relativ egal Ich kann mich noch nicht ran Na komm her Ja ich kann mich nicht mehr Ich kann ja mit der leider nicht zielen Die ist eine reine Lockwaffe Muss ich anlocken Und dann Da Ja Hier ein Schuss Dann haben wir noch den ein Da oben ist der Skorpion Nein da steht noch einer auf dem Skorpion Ich hab noch einen Schuss Der muss sitzen Shit Nein 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 Ein oder zwei Bolzen Zu wenig Shit Ah ja er kämpft Er will kämpfen Ja das ist sehr sehr Das ist eine sehr sehr gute Idee von dir Hey ne du kannst nicht beides Shit hat er die wieder besetzt da oben Oh nein Ah da kommt noch so ein Fackelmann Oh das ist wirklich gefährlich Keine Flask mehr 6000 Seelen da hinten geparkt am Tor Und dieser ganze weite Weg Und dieser ganze Aufriss Ich würde ungern jetzt sterben Der wird wieder ab Kann ich nicht noch irgendwas Irgendwas Kleines Ich hab noch meine Messer Was ist denn damit So Wurfmesser hab ich da noch Wo sind die denn Muss ich die weiter unten ausrüsten oder Ah ich hab ja Ah Wölfe darf ich wahrscheinlich Ach was Jetzt sagt mir nicht Ich darf hier ne Qualle ausrüsten Ja ich wollte aber eigentlich lieber die Oh ich bin da so doof Okay Ähm Ich werde nicht gedacht dass das geht Um ehrlich zu sein So hier Wo sind sie denn da Hier Throwing Deggers Mal gucken Vielleicht geht das ja Da hab ich ja Glück Da oben Mensch du da oben Den will ich Er kann mich doch auch anvisieren Wieso kann ich ihn nicht anvisieren Da jetzt Das geht Yes Okay Wieso hab ich jetzt eigentlich dich dabei Ich liebe dich ja Quali Aber deine Freunde von den Wolfsbergen Wären irgendwie sinnvoller gewesen Zumal du jetzt wahrscheinlich meine Position ja noch weißt Nein 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 Shit 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 Oh Shit Nein Oh Meine Güte Von wo denn Da links Oder was Da unten Oh Sie ist wieder neu besetzt worden Oder was Oh Ja gut Ich hab meine Seelen wieder Ich könnte jetzt theoretisch Wegreisen Aber das Ding ist Ich muss ja das Tor aufkriegen Kacke Da links war noch ein Häuschen Vielleicht hab ich Glück Oh Da ist ein Dingsbums Oh Boah 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 Oh Oh man Ey Leute Lieben Dank Morissi Der schmeißt 5 Stufe 1 Community Abos In den Club Vielen lieben Dank In meiner Stressphase Leanderhan Constima Flauschku Inspired Aurora Und The Mighty Mana Ihr habt dieses Geschenk erhalten Ich hoffe ihr freut euch Sehr vielen lieben Dank Morrissey Meine Güte Und jetzt Ich weiß Das noch gar nicht so richtig Hier einzuordnen Es muss doch irgendwo ein Mechanismus geben Mit dem ich das öffnen kann Hier Okay das war nicht schlimm Ich bin direkt an dem Tor Ist hier noch ein Feind Die Antwort lautet Ja Ist Aber der Witz ist Ich musste ja gar nicht hin Also alles was ich jetzt gerade gemacht hab War ja einfach komplett unnötig Das ist doch gar nicht der Weg Den bin ich ja schon gelaufen Ich muss Es ist ja einfach völlig falsch Was ich hier gerade gemacht hab Oder muss ich da Kann ich da noch links lang Shit Treffen die mich hier auch noch Tor ist auf ist ja nicht unnötig Naja ich war da ja schon komplett Durchs Tor hoch und rechts Ja Hat Seelen gebracht Ja War das da Ist das da hoch und dann links Jetzt Treppen hoch und dann links War noch ein Weg Ich muss jetzt ja die Seelen in Sicherheit bringen Ich muss jetzt ja was tun So Leute Ich mach jetzt noch folgendes Ich werde jetzt noch Hier einmal mit euch gemeinsam leveln Was machen wir denn nochmal Dexterity Ja komm Und dann Nehmen wir von dem Geld Kaufen wir nochmal Pfeile jetzt Okay da Da rechts Muss das ja dann irgendwo sein Treppen hoch und rechts Ja wenn ich jetzt alle Ich gebe jetzt mal meine Pfeile aus Für Mein Geld für Pfeile aus Und dann kann ich auch nichts verlieren Und dann kann ich da theoretisch Einmal nochmal langlaufen Okay Wo bist du Freund Da hinten Ich lasse ziemlich viel Geld bei dir Guter Freund Muss ich wirklich sagen Goodbye Goodbye Boah Leute So wisst ihr was Ich finde das war genug Thrill Ride für heute Das war eine schöne Session Fast sieben Stunden Haben wir richtig schön Ähm Action gehabt Endboss gehabt Ähm Die ganze Burg da Erkundet Das war ein riesiger Abschnitt Jetzt gerade da eben nochmal Das letzte Ähm Lagerfeuer da gefunden Großen Erfolg gefeiert Nochmal große Dramatik erlebt Ich finde das war eine schöne Session Dramatik 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 Vielen Dank.